Hello, this is Tom Gold. My books are Moon Cop, Cooking with Kafka and The Little Wooden Robot and The Log Princess and you're listening to Comic Cookies Podcast. Hi, servus. Aloha. Der Patrick, hi. Ahoi. Und der Breedstorm. Brothers everywhere, raise your hands into the air. Alles klar. Irgendwer sollte, ich hoffe, irgendwer schreibt sich das mal alles raus. Irgendwer schreibt mal so die ganzen Begrüßungen. Gerade der Breedstorm ist ja da immer ein bisschen kreativ. Schreibt das mal raus und macht da mal so eine Sammlung, macht da so ein kleines Scene draus oder so, wäre mal ein Vorschlag. Wie auch immer, wir sind die Comic Cookies. Wir besprechen Comics auch dieses Jahr wieder. Wir hoffen, dass alle gut nach 2023 rübergekommen sind, zu Weihnachten ganz viele Comics geschenkt bekommen haben, ihr ganzes Weihnachtsgeld, sofern sie welches bekommen haben, in Comics investiert haben, im Urlaub, sofern ihr welchen hattet, ganz viele Comics gelesen habt. Und jetzt stellen wir euch wieder mal ein paar Comics vor, die wir gelesen haben zuletzt. Wie immer, pro Person zwei und dann noch ein Abschlussthema, ein Comic, den wir alle gemeinsam gelesen haben, in dem Segment, das wir nennen, die Cookies Code Authority. Und da besprechen wir heute den Comic, was wir sind, von Sepp oder Zepp. Noch so ein Name, den ich nicht weiß, wie man da ausspricht. Da haben wir heute noch mehr davon. So, ich glaube, wir haben keine Besonderheiten, die wir irgendwie vorneweg besprechen müssen oder irgendwelche anderen Themen aus den Comics, außer jemand sagt jetzt, Moment, ich möchte noch was sagen. Nö. Das KI-Fach machen wir nicht wieder auf. Nö. Nö. Es bleibt zu, für immer und ewig. Das können andere diskutieren. Das finde ich nicht, ja, keine Ahnung, ich habe keine Lust, das jetzt hier zu diskutieren, jedenfalls in dem Rahmen, das kann man mal anders machen. Kommt in unsere Chatgruppen, da könnt ihr euch mit uns über künstlich generierte, ich nenne es mal, Kunst unterhalten. Ich nenne es mal Kunst. Gut, also wir besprechen Comics und jetzt sagen wir mal, welche Comics wir besprechen in der Reihenfolge, wie ich es mir aufgeschrieben habe. Andi, was hast du dabei? Bei mir geht es heute um eine Miniserie aus dem Star Trek-Universum. Ganz aktuell erscheint bei IDW unter anderem Star Trek PK Stargazer. Das ist eine Miniserie zu dieser TV-Serie, die man bei uns in Deutschland bei Amazon schauen kann. Ebenso habe ich noch mit dabei, weil es hier scheinbar mal ein großes Science-Fiction-Special geworden ist, aus der großen Möbius-Collection, aktuell beim Splitter Verlag, das ist eine Doppelgeschichte im Hardcover, einmal Arzach und dann die herametische Garage. Patrick, was gibt es bei dir? Bei mir gibt es das Buch-Maultier von Cordoba, von Wilfried Lupano und Leonard Chemineo. Ich weiß nicht, wie er richtig ausgesprochen wird. Und wie man auf Partys Mädels anspricht, von Neil Gaiman, Gabriel Barr und Fabio Moon. Ein Rezensionsexemplar, das mir der Dantes-Verlag netterweise zugeschickt hat. Breedstorm, was sind deine zwei Titel? Ich habe dabei die Bluse von Bastion Vives und Spent von Jomet. Fashion-Blog. Ich habe zwei Comics dabei, die aus Versehen von belgischen Menschen sind. Das war nicht geplant. Also ich habe irgendwie ein Belgien-Special. Das eine ist der Comic-Bastard von Max de Radigue. Radiges, Radige, ich bin mir nicht sicher, wer mir den Namen ausspricht. Und dann noch einen Comic namens D, einfach nur der Buchstabe D von Eva van Rüsselberge. Das werde ich dann später noch weiter ausführen, was es damit auf sich hat. Also gut, legen wir los, gehen wir direkt in die Themen rein. Andi, dein Auftritt. Da ist er. Tatsächlich habe ich ja übrigens erstmal hier nochmal eine Disclaimer zu droppen. Im Hintergrund, da schreit das ein oder andere mir sehr lieb gewonnene Kind. Aber die haben das Problem, dass die gerne mal laut sind und ich nicht immer abhauen kann. Deswegen habt ihr hier die volle Dröhnung Familie Brill mit auf die Ohren. Vor allem im Hintergrund da also schon mal herzlichen Glückwunsch für. Und ich möchte euch auch nicht davor, also ich möchte euch darüber informieren, dass ich mal endlich wieder Abos abgeschlossen habe. Wer uns eben in zum Beispiel unseren Chatgruppen auf Signal und Telegram folgt, der weiß, dass vor kurzem mein Paket bei mir ankam von Black Dog Comics. Da kann man englischsprachige Comics kaufen. Und das habe ich getan. Habe da eben jetzt Abos für eigentlich alles, was es aktuell an Star Trek Comics gibt, laufen. Und da kriege ich dann so alle anderthalb, zwei, drei Monate mein Paket zugeschickt. Immer ein dickes mit viel Zeug. Unter anderem diesmal mit dabei die Miniserie Star Trek PK Stargazer. Im tiefsten Herzen bin ich ein absoluter Star Trek Fan. Ich gucke das wahnsinnig gern. Ich habe die Bücher bis jetzt gescheut, was aber eigentlich schade ist, denn das sollen teilweise fantastische Geschichten sein. Und ich habe ja auch vereinzelt, das habe ich ja auch schon mal in der Runde gemacht, auch Star Trek Comics gelesen und vorgestellt. Da waren viele tolle Sachen dabei. Oft sind das abgeschlossene Geschichten. Das waren, soweit ich das weiß, vor allem hier in Deutschland, eigentlich auch nie wirklich fortlaufende Dinge. Das waren teilweise auch Begleitcomics zu den Abrams-Filmen, die es gab. Und spätestens jetzt mit den, man möchte so sagen, New Trek-Geschichten gibt es da wieder einiges. Uns erwartet eine ganze Menge Zeug. Unter anderem habe ich was gesehen auch zu Strange New Worlds, der aktuellen Star Trek-Serie. Und eben auch so eine Art Begleitcomic oder eben weitere Geschichte zur Star Trek-PK-Serie. Und die sind hier in dem Fall drei Hefte von verschiedenen Leuten geschrieben. Und illustriert. Und wenn ich hier das aufmache, ist es geschrieben von Kirsten Beyer und Mike Johnson. Die haben beide auch komplett das gemacht, soweit ich das sehen kann. Ja, genau. Die Kunst, also das Artwork ist von Angel Hernandez. Und die Farben von JD Mettler. Lettering ist von Neil Uye Taker. Weiß er Bescheid. Und das ist eine Serie, hier eine Miniserie, die spielt zwischen Staffel 2 und der bald anlaufenden dritten Staffel. Protagonisten sind hier noch nicht die quasi Reunion der Next Generation, die wir wohl in der dritten Staffel sehen werden. Sondern es geht letztlich um eine Geschichte mit unserem Protagonisten Jean-Luc Picard. Und vor allem auch Seven of Nine spielt hier eine größere Rolle in dieser doch sehr, sehr schnellen und fix durchgelesenen Geschichte. Ich könnte euch jetzt erzählen, worum es geht. Aber letztlich beleuchtet das hier alles so ein bisschen eine sehr punktuell, fast schon willkürlich rausgegriffene Vergangenheitsgeschichte von Picard. Der ja ganz früher, noch vor der Enterprise, auch Käpt'n einer Stargazer gewesen ist. Da sehen wir auch kurz Rückblicke. Da hat er dann zum Beispiel noch Haare und so. Das ist ganz cool. Wer sich mit Star Trek ein bisschen auskennt, der weiß ja, dass Jean-Luc Picard von Anfang an, trotz sehr jungen Jahren, die er damals noch hatte, immer schon, genau wie ich, auch Glatze hatte. Und es gab so Versuche, gibt so Test-Footage, ihn mit einer Perücke da auftreten zu lassen. Und daran ist hier dieses Bild auch inspiriert bei diesem Rückblick. Das ist ganz, ganz, ganz fluffig. Naja, und letztlich geht es ein bisschen darum, dass wir hier die Konsequenzen einer Handlung sehen, die damals eher als Käpt'n auf einem fremden Planeten, hat er was gemacht. Das hatte Konsequenzen. Welche Konsequenzen hat das? Was ist passiert? Wer gegen wen und warum? Welche Aliens haben gelitten? Und was haben eigentlich die Romulaner damit zu tun? Am Ende kommt noch Seven of Nine vorbei. Und wie das halt so ist, die ist ja bei den Ferris-Rangern. Das ist so eine Art Rebellen-Söldner-Ding, die halt da ansetzen, Probleme zu lösen, wo die Föderation halt nicht mehr weiterkommt, weil da einfach gewisse Grenzen sind im Rahmen ihrer vor allem politischen, moralischen und ideologischen Möglichkeiten. Und dann ist es hier eine kleine, aber feine, kurzweilige Geschichte, zu deren Inhalt ich jetzt gar nicht weiter viel mehr erzählen möchte. Ich kann zwei Sachen sagen, was mir vor allem beim Lesen aufgefallen ist. Der PK, der ist ja schon auch in der TV-Serie und das spielt, wie gesagt, nach der zweiten Staffel, das ist ein älterer Herr. Und das ist noch untertrieben, der, jetzt muss ich gerade, das muss ich vielleicht mal schneiden, wie heißt der denn? Patrick Stewart, genau, Patrick Stewart, ich bin ohne Google draufgekommen, Dankeschön. Der ist ja nun wirklich auch schon Senior und der geht wirklich auf so, also der ist im Spätherbst seines Lebens, weiß nicht, wie man das sonst bezeichnen sollte, und entsprechend gekrümmt läuft, der entsprechend reduziert ist Mimik und Gestik. Das ist einfach ein, jetzt gesetzter, älterer Herr. Und so sieht der hier in diesem Comic halt überhaupt nicht aus. Er ist weiterhin Glatzkopf, der rennen kann und relativ fit ist, obwohl es irgendwo in diesen drei Heften dann diese Szene gibt, wo dann auch aktiv formuliert wird, dass er jetzt ja schon älter wäre und er jetzt an dem bevorstehenden Action-Spektakel, das da gleich geschehen wird, nicht daran teilnehmen kann. Das war so eine merkwürdige Diskrepanz, dass er eigentlich relativ jung aussieht, zumindest nicht annähernd so alt wie in der TV-Serie. Und das ist bei Glatzköpfen auch relativ schwierig so darzustellen, glaube ich, ne, weil Großfalten sehen wir jetzt hier in dem Comic auch nicht. Und auf der anderen Seite ist er aber eigentlich auch älter und das Autorenteam ist sich durchaus bewusst, dass er eben jetzt nicht mehr hier großartig joggen gehen kann, sag ich mal. Ja, und dann entwickelt sich eine, wie gesagt, kurzweilige Action-Geschichte auf dem fremden Planet mit viel Geballer und einer Handvoll netten Szenen und dann ist halt auch vorbei. Und das ist so, wie das oft bei so Begleit-Comics ist. Vermutlich ist das absolut irrelevant für alles, was jemals in der Serie oder in einer anderen Star Trek-Serie passieren wird. Also eine nette Erweiterung. Wir erleben vor allem Szenen zwischen Jean-Luc und Seven. Die heißt ja Annika inzwischen. Wir sagen nicht mehr Seven of Nine. Nein, Seven of Nine hat sie ihren menschlichen Charakter zurückgefunden. Wir sagen jetzt Annika, wir Fans. Und das haben wir so ein bisschen geplänkelt. Sie versucht so ein bisschen, gerade in der allerersten Szene, diplomatisch, so eine Art diplomatischen Trainingsprogramm ist sie da unterwegs. Und da so ein bisschen an sich und ihren Möglichkeiten zu feilen. Das ist alles ganz nett, aber letztlich unterm Strich auch nicht mehr als eine nette Zerstreuung. Und deswegen empfehle ich diesen Comics allen Personen, die mal wieder Lust haben, sich ein bisschen, ja, bis jetzt Star Trek zu gönnen. Vielleicht auch mal wieder alte Figuren sehen wollen, die aber hier wirklich, also da gibt es keine Überraschung. Da passiert nichts, was ihr irgendwie nicht vorher gewusst habt oder so. Und deswegen wirklich nur was für Fans. Am Ende gibt es noch einen netten Cameo, denn wir wissen, dass auch andere ehemalige Captains noch leben in der Zukunft da. Und dass die eventuell auch inzwischen General sind. Aber auch das ist mehr als Fanservice eigentlich nicht. Ja, und Patrick, du hast auf jeden Fall auch voll den Zugang zu Star Trek. Das weiß ich, denn wir haben da schon Podcasts drüber gemacht. Oh ja. Hast du da ein bisschen Bock drauf? Ich könnte dir auch andere Sachen leihen. Ich habe zum Beispiel noch was zu, spielt auf der Deep Space Nine, wie es da weitergegen, nachdem Cisco weg ist. Oder ich habe zum Beispiel auch, also Worf spielt da eine größere Rolle. Es gibt eine Riesengeschichte, die spielt nur im Spiegel-Universum. Für alle, die das vielleicht nicht kennen, das sind quasi die eins zu eins bösen Alternativen zu den bekannten Star Trek-Figuren. Das ist irgendwie mega kitzig, mega affig. Ah, ganz genau. Da gibt es was, das habe ich zwar noch nicht gelesen, aber das liegt hier auch vor mir. Ist, glaube ich, auch abgeschlossen inzwischen. Ja, wie sieht es aus? Könnte ich dich dafür begeistern? Ach, ich habe, während du die Rede gehalten hast, gegoogelt, wie alt Patrick Stewart ist. Der ist jetzt aktuell 82. Und schon beim Cast damals zu PK Staffel 1 hast du ja den passenden Satz erwähnt. Du guckst ihn eigentlich nur noch beim Sterben zu. Der wurde fast schon am Rollator von einer Action-Sequenz zum nächsten geschoben. Das haben sie so ein bisschen minimiert dann in der zweiten Staffel. Da haben sie ihn dann für ein paar Folgen in den Koma versetzt. Mittlerweile haben sie den in Androiden verpflanzt. Also das ist komplett konfus. Wenn ich in der richtigen Stimmung dafür bin, schon, aber aktuell bin ich dann eher so auf der Deep Space Nine vorhanden. Und so wie du das beschreibst, bist du auch weniger begeistert. Ich werde mir die letzte Staffel von PK natürlich auch noch ansehen. Aber irgendwie ist es so, es dümpelt vor sich hin. Es dehnt Plots, die auf einen Film gepasst hätten, auf eine Staffel aus. Irgendwie ist es nicht mehr dasselbe. Also diese guten TNG-Zeiten sind seit 20 Jahren vorbei, mindestens. Ja. Und das tut auch schon ein bisschen weh, PK zu sehen. Du guckst das eigentlich nur noch, weil du Fan bist und sehen wirst, wie er irgendwie zu grabe getragen wird, so böse das klingt. Das ist jetzt hier halt eine Comic-Reihe, die ja wirklich das Begleitprogramm zu dieser TV-Serie ist. Und über die könnten wir jetzt auch länger drüber unterhalten. Das ist ja aus mehrerlei Hinsicht ist das ja alles schwierig mit dieser PK-Serie im weitesten Sinne. Weil wir scheinbar haben wir hier nach der zweiten Staffel einen radikalen Bruch und gehen jetzt in die dritte Staffel über, die nochmal was komplett anderes versucht. Wenn man so will, fast einen Neustart der Serie. Und ich glaube, und das trifft auch ein bisschen jetzt hier auf diese Comic-Reihe zu, am liebsten hätte ich es gesehen, dass die eigentlich eine Staffel machen. Meinetwegen eine Miniserie. Und dann sollen die da halt irgendwie einen Übergang schaffen. Zwischen einer meinetwegen alten Crew und einer neuen Crew, die wieder in unentdeckte Weiden geht. Genauso irgendwie in einer Zukunft, die wir noch nicht kennen. Noch nicht so weit weg wie Discovery, aber eben schon auch gerne in diesen klassischen Star Trek, aber eben in deren Zukunft. Und ja, Strange New Worlds macht das ein Stück weit, geht dabei, spielt ja auch eher in einer Retro-Zukunft, möchte ich es nennen. Ja, also ich glaube, das hätte ich viel lieber gesehen, als hier irgendwie nochmal irgendwas mit Jean-Luc Picard zu erzählen. Ich weiß nicht, ob das diesem Erbe dieser Figur, die uns Star Trek-Fans und Strackys echt eine Menge bedeutet, ob das dem so gut getan hat. Mittlerweile ist ja auch Will Wheaton so alt wie Patrick Stewart, als er mit TNG angefangen hat. Und auch da wurde in Staffel 2 irgendwas angeteasert. Vielleicht können sie das da aufgreifen. Will Worf dazu die paar Leute, die noch halbwegs stehen können. Dann hättest du sowas wie so einen nahtlosen Übergang, sowas wie Batman of the Future mit der alten TNG-Crew vielleicht noch. Aber Patrick Stewart sollte sich langsam echt überlegen, wie lange er das noch machen will. Ja, Andy Patrick, habt ihr Interesse daran? Andy Patrick, Andy, Breed Zone. Nee, also nicht, dass ich jetzt kein Interesse an Star Trek hätte, aber ich muss jetzt nicht die Comics lesen. Da habe ich jetzt nicht so das Interesse dran. Breed Zone? Also ich teile die Einschätzung von Patrick zu PK, dass ich das gucke, weil ich die Figuren mag, aber dass mir das, wie sie neu zusammengesetzt wurden, nicht so wirklich gut gefällt. Also man sieht es, aber man ist irgendwie so ein bisschen traurig dabei. Ja. Deswegen würde ich jetzt den Comic auch nicht, also wahrscheinlich nicht angeschauen. Verstehe. Gut. Kommen wir zu weiteren Comics und verlassen das Fernsehthema. Patrick, du darfst loslegen. Okay, ich starte jetzt mit das Buch Maultier von Cordoba. Das wurde geschrieben von Lupano. Also den kennen wir ja auch als Autoren von Die alten Knacker. Damit ist er sehr erfolgreich und jetzt hat er zusammen mit Lennart Cheminiot und Christoph Bukert eine historische Fabel geschrieben. Es geht darum, dass im Jahr 976, da haben wir jetzt einen Visier, der hat wahrscheinlich sehr radikal die Macht an sich gerissen. Nach Jahren des Friedens ist jetzt auf einmal in Spanien so eine Art religiöser Krieg und durch diesen Krieg will man alle Bücher, die nichts mit Religion haben, verbrennen. Also um die 400.000 Bücher sollen verbrannt werden und ein Sklave namens Marwan, das ist so ein Eunuch und der war, er Bibliothekar, versucht mit Lubana auch einer Sklavin und Tarit, einen ehemaligen Gelehrten, auf einem Maultier, so viele Bücher es geht, auf diesem Maultier zu transportieren. Und das muss er eben durch ganz Spanien quasi schleppen und dabei sind ihm natürlich viele Leute auf den Fersen, schon allein wegen zwei geflohenen Sklaven und diesen Büchern, die sie jetzt transportieren wollen, gibt das ein ziemliches Chaos. Und diese drei wollen eben diese Bücher und das Wissen erhalten. Dem Eunuchen tut das sehr weh und er versucht irgendwie auf einem Maultier, das auch noch sehr lahm ist, das durch Spanien zu schleppen, also was herrlich absurd ist. Dieser Tarit, das ist so ein Tagelieb, sieht fast schon aus wie eine Version von Aladin, war sein ehemaliger Gelehrter, ist jetzt mittlerweile so ein Klankrimineller. Er wird ja irgendwie mit eingesponnen und über Lubana, die andere Sklaven, erfährt man nicht viel, außer so ein Mini-Mini-Flashback. Außer, dass sie eine Frau ist und Sklaven war und ein paar Namen hat, erfährt man da nicht viel, das fand ich so ein bisschen schade. Und auch das Maultier bekommt so einen ziemlichen Charakter, aber Hauptcharakter ist Marwan, der Bibliothekar, der dann auch mit Hilfe von diesem Wissen, das er in den Büchern sich angelesen hat, dann sich teilweise da in Spanien zu helfen weiß. Also es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Geschichte. Teilweise werden sachbuchartige Seiten eingestreut, die einen diesen geschichtlichen Background geben. Also irgendwo ist es historisch fernkert, aber es ist trotzdem eine Fabel. Der Stil ist ziemlich cartoonig, was das Ganze irgendwie entschärft. Das Ganze liest sich trotz der tragischen Geschichte sehr, sehr lockerflockig, also wie so ein französischer oder englischer Funny. Also auch wenn diese Charaktere alle sehr, sehr tragische Hintergrundgeschichten haben und das Ganze sehr, sehr tragisch ist, liest sich das für mich quasi geschichtlich besser historisch als zum Beispiel jetzt aktuell diese Asterix-Versuche oder Lucky Luke, weil da diese Elemente ineinander übergreifen. Und daraus wirklich einen sehr, sehr schönen Comic machen, der für mich so der Comic 2022 war. Da hatte ich zum Abschluss um die Weihnachtstage wirklich nochmal einen sehr guten Comic von Splitter. Also Fans von den alten Knacker sollten da auf jeden Fall reinlesen. Fans von geschichtlichen Sachen können da auch sehr gut reinlesen. Und Fans von Fabeln oder generell schönen Geschichten haben da auch ihren Spaß. Vor allem weil diese Charaktere, bis auf die Frau, auch einen ziemlich guten Background haben. Du fieberst damit und trotzdem übermannt dich nicht die Schwermütigkeit. Und es macht sehr Spaß. Also diese 276 Seiten sind sehr schnell rum. Das ist immer die Frage, ob das ein gutes oder ein schlechtes Argument ist, wenn ein Comic schnell durchgelesen ist. Das ist ja immer so ein Argument, wo viele immer sagen, es ist zu teuer, ich lese nämlich zu schnell. Aber klingt ja eigentlich recht gut. Also ich habe jetzt mal kurz in die Leseprofe reingeschaut. Fand ich jetzt vom Zeichenstil auch ganz, ganz hübsch. Also hat tatsächlich so einen franco-belgischen Stil so ein bisschen moderner. Fand ich jetzt ganz angenehm. Andi, hast du von dem schon vorher was gehört gehabt und schon mal reingeschaut vielleicht sogar? Nee, gar nicht. Ich habe nur eben mitbekommen, dass Patrick Woll sehr angetan ist. Und das ist das, was mich vom Cover her dachte ich erst, okay, hier, keine Ahnung, ist das irgendwie eine Adaption von den, wie heißen sie, diese vier Tiere da, dieser Bremer Stadtmusikanten, die Richtung. Und jetzt, wo ich durch das Artwork klicke, fühle ich mich zumindest punktuell, weil ich aber auch nicht viel davon gelesen habe, ein bisschen daran erinnert, was in den Mosaik-Comics früher drin war. Ich habe das hier in Folge 100 auch vorgestellt, was in dem Fall eben zu DDR-Zeiten von meinem Vater gelesen wurde. Das war ja zumindest in der Geschichte, die ich kannte, auch ein ähnliches Setting. Und auch ein bisschen ein Stück weit sehe ich gewisse Parallelen in den Gesichtern und so. Aber das hier ist nochmal ein Stück komplexer als das, was ich da kannte. Aber nein, ich kann da nicht viel beitragen und muss auch sagen, dass ich mich da jetzt sowohl vom, wenn man so will, Setting als auch von den sonstigen, also irgendwie, ich glaube, ich fühle mich noch nicht so angesprochen. Breedstorm, ist dir das geschichtlich genug? Ist das eine Epoche, die dich interessiert? Ist das eine Region, die dich interessiert? Ein Thema? Ja, warum nicht? Die alten Knacker mochte ich sehr gerne und das kommt auf jeden Fall immer auf eine Liste. Prima, dann Breedstorm, mach doch direkt weiter. Ja, ich bin ja auf meiner Mission, meinen Lesestapel ein bisschen abzuarbeiten. Deswegen habe ich da mal reingegriffen und einen Comic aus dem Jahr 2019 rausgezogen. Und zwar die Bluse von Bastion Vivès. Vivès habe ich kennengelernt auf dem Comicsalon Erlangen mit seinem ersten Band, der auf Deutsch erschienen ist. Das war der Geschmack von Chlor. Habe mir das, glaube ich, damals auch signieren lassen. Und ja, war dann, das war wieder diese Erlebnisse, oh, es gibt Leute, die sind doch ein Stück jünger als man selbst und sind schon sehr, sehr erfolgreich in Frankreich mit dem, was sie da machen. Coole Sache. Den Band fand ich damals auch gut und verschiedene Sachen, die er danach rausgehauen hat, wie zum Beispiel die Liebe von ihm, schätze ich sehr, als Comic. Und so war es eigentlich klar, dass ich mir irgendwann auch die Bluse hole. Vivès selber ist ja dafür bekannt gewesen, dass er ja auch Erotik oftmals verarbeitet in seinen Comics auf so eine, ja, auf so eine ganz, wie soll ich das sagen, sehr neurotische Art und Weise. Meistens aus so einer, also der Geschmack von Chlor ist auch, wie soll ich das sagen, die Golden-Boy-Szene im Schwimmbad auf Französisch gemacht. Und gerne aus so einer, der Nerd schaut aus der Ferne auf die Dame, die er gut findet, so, da, also das war immer das, was ich mit Vivès so identifiziert habe. In die Bluse geht's handlungstechnisch um Severin, das ist eine junge Studentin in Paris und, äh, die ist liiert mit ihrem Freund. Der scheint sich allerdings mehr für Rollenspiele und ähnlichen Nerd-Kram zu interessieren und so richtig braucht er sie da auch nicht dabei. Sie selber macht einen sehr, ja, schüchternen, zurückhaltenden Eindruck, das ist auch an der Uni so, da rückt sie auch nicht so richtig raus mit der Sprache. Und, um sich so ein bisschen Geld zu verdienen, macht sie Babysitting. Da hat sich der Kreis wieder geschlossen zur Familie Brill. Jedenfalls, an dem Babysitting-Abend beschäftigt sie sich mit der Tochter des Hauses, auch ein jüngeres Mädchen. Und, äh, sie unterhalten sich, sie erzählt ihr alles Mögliche aus, aus ihrem Leben. Und das Mädchen hat irgendwas Falsches gegessen und kotzt sie an. Also wortwörtlich, also ihr Oberteil, sie trägt immer relativ weite, unauffällige Klamotten, ist komplett besudelt. Und als der Herr des Hauses dann nach Hause kommt, bietet er einfach, äh, eine Bluse von seiner Frau an, ähm, damit sie halt was zum Anziehen hat. Weil die Bluse halt, also was sie anhatte, das ist unmöglich zu tragen. Und das ist, wo die Magie losgeht, denn in diesem Moment, als sie diese Bluse anzieht, ändert sich was in Severins Leben. Und zwar stellt sie fest, immer wenn sie diese Bluse anhat, steht sie sehr im Mittelpunkt. Gut, das liegt daran, würde ich jetzt sagen, dass diese, dass diese Bluse sehr figurbetont geschnitten ist. Und, ähm, dass man ihre körperlichen Vorzüge, ich würde das mal auf eine Körbchengröße A schätzen, dadurch sehr gut betont werden. Und der, wie Wes, habe ich schon am Anfang gleich mitbekommen, hat so den Kniff gemacht. Am Anfang, wenn er sie gezeichnet hat, hat er sie immer in sehr weiten Klamotten gezeichnet. Dutzende Male mit verschränkten Armen. Und, ähm, also hat das meiner Meinung nach auch alles ihren Körper kleiner gezeichnet, als er sie nachher zeichnet. In dem Moment, wo sie nämlich diese figurbetonte Bluse anzieht. Und sie stellt zum Beispiel fest, dass sie in der Uni damit ganz anders aufgenommen wird. Dass sie, wenn sie über die Straße geht, vollkommen anders aufgenommen wird. Und ihr gefällt das Ganze irgendwie. Also sie, sie badet in diesem neuen Selbstbewusstsein, was sie vermeintlich durch diese Bluse gewonnen hat. Und, äh, das Ganze steigert sich mehr und mehr. Es kommt dann auch zu diversen sexuellen Abenteuern. Die möchte ich jetzt nicht näher beschreiben. Und, ähm, ja. So weit, so gut fand ich so einen typischen Vives-Comic, ähm, wie wir ihn schon kennen. Sicherlich, wie auch bei anderen Comics, hab ich gedacht, na, das würde wahrscheinlich diese Optik, die das Mädchen da darstellt, würde er wahrscheinlich auch selber irgendwie mögen. Gar keine Frage. Und ein paar Sachen fand ich aber merkwürdig in diesem Comic. Also einmal fand ich natürlich merkwürdig, gesetzt dem Fall, die Dame ist nicht einfach gentechnisch, äh, auf Anfang 20 gezüchtet worden, sondern sie ist natürlich gewachsen. Würde sie schon, also auf jeden Fall mitbekommen haben, dass, wenn sie engere Klamotten anzieht, dass sie dann vielleicht eine andere Aufmerksamkeit hat, als wenn sie sich zum Beispiel komplett, äh, mit weiten Klamotten, also ich finde diesen Sprung, den er da macht, mit, ja, das ist jetzt die Zauberbluse, das denkt natürlich vielleicht nur sie. Und er sagt, ja, okay, jetzt ist es figurbetont, aber diesen Sprung finde ich einfach zu weit, weil ich glaube, sie weiß dann schon eigentlich ziemlich genau, sie hat ja auch einen Freund und so weiter, also ich glaube, sie weiß dann schon ziemlich genau, was sie tragen kann, damit sie auffällt oder nicht. Und da muss ich halt sagen, das ist natürlich jetzt, um die Geschichte irgendwie voranzubringen, dass das ihr Ding ist, dass sie jetzt, also sie, sie klammert sich dann wirklich auch an die Bluse und sie will die am liebsten gar nicht mehr ausziehen und so weiter und so fort. Ähm, aber das finde ich ein bisschen einfach gedacht. Dann ist mir aufgefallen, also sexuell geht es da schon zur Sache, manchmal auch ein bisschen rauer, manchmal auch ein bisschen verstörend für mich, was da so auf der Straße, so in Frankreich scheinbar so zu passieren scheint, wenn man irgendwo parkt in seinem Auto, was, also, gut, bin jetzt keine Frau, aber derlei Dinge sind mir jetzt noch nicht passiert. Und, äh, da war ich doch schon ein bisschen überrascht und auch eine andere Szene, auf die ich im nächsten Punkt angehen will, weil ich hab dann angefangen zu sagen, ja, was hat er eigentlich in der Zwischenzeit gemacht? Ich lese mal ein paar Jahre nichts von dem und was hat er denn in der Zwischenzeit noch so rausgebracht? Ähm, da hat sich dann bei mir diverse Artikel, ähm, äh, im Internet geregt, die von diversen Vorwürfen gegen Vives, äh, gehandelt haben. Und zwar, ähm, haben seine Kritikerinnen und Kritiker, haben ihm Verharmlosung von Pädophilie und Vergewaltigung vorgeworfen. Jetzt hab ich das Ganze reflektiert, äh, auf diesen Band, weil es ist sogar so weit gekommen, dass Angoulême gesagt hat, also die, äh, Ausstellung 2023, die wir eigentlich mit dir geplant haben, also er war ja wirklich so ein Shootingstar der Szene in Frankreich, die, die canceln wir. Also, da brauchst du nicht kommen, äh, ist uns sicherer und, äh, Zwischenzeit, also 2017 muss er auch mal eine andere Künstlerin beleidigt haben auf Facebook, also da gibt's auf jeden Fall massig Kritik an ihm in Frankreich und ich hab das jetzt versucht auf diesen Band zu reflektieren. Und tatsächlich war mir schon komisch, also bevor sie nämlich angespien wird, äh, in diesem Band, die, äh, gute Silverin, da gibt's eine Szene, also sie macht halt Babysetting und wie das so ist, sie versucht so, das Kind zu füttern und, äh, zwischendurch wird es auch mal gebadet. Und ich denk schon, bei der Badeszene dachte ich schon, Beispiel, wie genau, also das Kind ist, würde ich jetzt mal so, keine Ahnung, sieben schätzen oder sowas, keine Ahnung, so in dem Dreh. Denk ich, okay, was bringt uns das jetzt weiter? Und dann gibt's noch eine Szene, wo das junge Mädchen, also quasi, wie soll ich das sagen, ähm, der Silverin ihre Genitalien zeigt. Und die Silverin ihr dann erklärt, also, naja, die solltest du jetzt nicht einfach hier so herzeigen und das macht man eigentlich nicht und so weiter und so fort. Aber ich hab mir, da hab ich mir, also, schon gedacht so, wozu ist jetzt diese Szene? Weil mir das doch auch ein bisschen spanisch vorkam, wie, also, hätte ich jetzt persönlich nicht gebraucht in diesem Band, so. Ich denk dann so, ja, okay, vielleicht der Franzose an sich ist vielleicht da so ein bisschen, keine Ahnung, vielleicht denk ich mir jetzt auch zu viel dabei. Und das dann wieder bestätigt zu kommen, zu bekommen in diesen, äh, in diesen Vorwürfen, das fand ich dann schon ein bisschen irritierend und es stellt sich tatsächlich heraus, also, die Comics, auf die es sich bezieht, die sind auf Deutsch nicht erschienen. Und wahrscheinlich hat Reprodukt da auch einen Grund dafür gehabt, weil da geht das ja auch mit Verherrlichung von Vergewaltigung, Pädophilie, Inzest teilweise, ähm, Petit Paul heißt, glaub ich, einer von den beiden, sollen da drin vorkommen, da kann ich jetzt natürlich nichts zu sagen, ja. Ähm, wie gesagt, ich hätte das jetzt, wenn die Vorwürfe sich auf diesen Band bezogen hätten, da hätte ich jetzt gesagt, ja, okay, also, ja, da geht es zur Sache und ich sehe auch unnötig Genitalien von kleinen Mädchen, brauche ich nicht. Ähm, aber, also, ich fand es jetzt nicht aufdringlich oder sowas. Im Zusammenspiel mit verschiedenen anderen Sachen, die da gelaufen sind, wird es dann natürlich doch schon ein bisschen auffälliger. Und heute habe ich nochmal schnell reingeguckt, weil ich nachlesen wollte, wie genau die Vorwürfe lauten, weil das ja dann doch sehr unterschiedlich. Und, ähm, ja, die Kinderschutzbrigade hat gegen Vives aufgrund dieser Zeichnungen, die in diesen zwei auf Deutsch unveröffentlichten Comics erschienen sind, äh, äh, also die ermittelt gegen ihn, wegen der Verbreitung von kinderpornografischen Bildern. Da weiß ich jetzt natürlich nicht, wie weit das da ist. Er weiß das natürlich von sich, so, und, äh, ich bin sehr gespannt, wie das da weitergeht. Auf jeden Fall wird man das Werk, was er gemacht hat bislang, was ihn wirklich zum Star gemacht hat in Frankreich, mit anderen Augen dann auch sehen, wenn man das sieht. Und, also, bevor ich das, wie gesagt, alles wusste, dachte ich, naja, ist schon, schon komisch so, aber ich bin jetzt natürlich jetzt auch nicht der, der, was weiß ich, zwei Millionen Erotik-Comics gelesen hat, weil das, das ist, finde ich, als Thema jetzt für einen Comic nicht so spannend. Ich verstehe, dass das ein spannendes Thema war, als es noch kein Internet hat, dass man quasi so Bildbände hatte, da kann ich mir das schon vorstellen, dass da eine große Zielgruppe gab, aber, ähm, ich denke, im Manga-Bereich, was, was da bisweilen so abgeht, äh, sind wir wieder bei dem Stichwort Tentakel, was da klischee-mäßig immer wieder, ähm, angesprochen wird. Da bin ich auch nicht so firm, aber das stelle ich mir, ehrlich gesagt, sehr, sehr schlimm halt auch vor. Und vielleicht wirkt das durch seinen, ja, halbwegs realistischen Zeichenstil dann doch anders, als wenn du, ja, so die typische Manga-Figur in so einem Hentai hast, wo das ganz klar ist, in welche Richtung sich das Ganze dann entwickeln soll. Ja, also ich bin da so ein bisschen irritiert, wo ist da jetzt die Grenze? Ne, aber natürlich kann ich jetzt zu den anderen zwei Comics, um die es hauptsächlich betrifft, nichts sagen. Also der Mann ist ja gerade, hab ich auch gelesen, ähm, für einen anderen Comic, auch in der Kategorie Erotik und Tabubruch, 2018 mal ausgezeichnet worden, wo ich denke, wow, also, okay, das ist schlecht gealtert, diese Auszeichnung jetzt so ein bisschen halt, ne. Ähm, was sagt ihr dazu? Ich kann relativ wenig dazu sagen, ich hab von Vives nix gelesen, außer, ich glaub, die ersten zwei Bände von dieser Last Man-Reihe, die ja jetzt, ähm, ja, Abenteuer-Comic ist, die jetzt überhaupt nichts irgendwie mit solchen Themen was zu tun hat. Das sind alles Comics, die ich zwar wahrgenommen habe, dass die veröffentlicht wurden und dass die besprochen wurden und den Namen Bastian Vives habe ich so mitbekommen und so, aber ich hab nix davon gelesen. Also weder die Sachen, die nicht veröffentlicht sind, sowieso nicht auf Deutsch, ähm, noch diese Sachen, die auf Deutsch veröffentlicht sind. Ich hab jetzt halt dann entsprechend auch Artikel natürlich gelesen und, ähm, Lara von Yay Comics, ähm, war in so einem Radio-Feature bei Deutschlandfunk Kultur vielleicht, bin mir nicht 100% sicher. Ja, das, das hab ich mir angehört, wo sie eben auch über das, diese aktuellen Vorwürfe gesprochen hat und diese Entscheidung, dass beim Festival in Angulem die Ausstellung nicht stattfindet. Das heißt, ich nehm das alles nur so peripher wahr, also von, von außen und, ja, also es, mir macht es jetzt natürlich dann auch so den, die, den Drang, diese Comics zu lesen, nicht stark. Also wenn ich sie bisher nicht gelesen habe und jetzt kommt sowas noch dazu, dann ist es so, ja, gut, vielleicht muss ich es dann halt auch einfach nicht lesen. Ähm, ja, das ist eigentlich alles, was aus meiner Ecke dazu kommen kann. Andi, hast du eine Meinung? Ah, ich hab, tu mich ja ganz, 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 ganz besonders schwer mit so Themen wie Pädophilie und generell Gewalt gegen Kinder. Wenn das irgendwo im Ansatz drin ist, das ist dann schon schwierig, ne. Auf der einen Seite ist es ein Stück weit von mir immer eine Faszination für Tabubruch in alle Richtungen da, weil Tabubruch ja auch häufig nicht nur einfach des Selbstzwecks wegen genutzt wird, sondern unter anderem auch, um auf irgendwas hinzuweisen, ja, und zum Beispiel einen schockierenden Moment zu haben und damit quasi zu sensibilisieren, was für eine, eine Gräueltat das zum Beispiel ist und davon dann ausgehend dann meinetwegen halt eben präventiv auch zu arbeiten. Aber das hier scheint doch relativ explizit zu sein und gerade auch, weil der Autor, soweit ich weiß, sich ja vereinzelt schon auch entschuldigt hat für einzelne Sachen, das ist es dann besonders schwierig. Es geht ja auch so ein bisschen um dieses Thema Cancel Culture und Vorwürfe, die sehr laut sind und wenn er dann aber kommt und sich auch entschuldigt, ist es, kann er dreimal sagen oder wie auch immer wir oft sagen, ja, es tut mir leid, ich habe das hier übertrieben oder so, aber letztlich ist es ja immer auch ein Eingeständnis und ein Schuldeingeständnis ein Stück weit. Also ich finde es ganz besonders schwierig und auch die Frage, ob man dann so einem Werk und so einer Person eine Plattform bieten sollte, kann ich nur begrenzt beantworten. Tendenziell tendiere ich immer dazu, Kunst und Künstler zu trennen, was aber einfacher gesagt als getan ist und auch ein viel zu großes Thema, als dass ich da jetzt eine abschließende Meinung zu hätte. Aber ja, ich meine, ich sage mal andersrum, wenn ich es mal ein bisschen plumper formulieren will, ich stehe ja schon auch auf sexy Comics, ich kann tollen Szenen was abgewinnen, ich habe hier in der letzten Runde bei Miracle Man auf eine sehr ansehnliche Sexszene hingewiesen und damit war das Thema für mich dann auch durch. Das waren aber auch erwachsene Protagonistinnen, wenn es jetzt hier so um Kinder geht und so, boah, ich weiß nicht, ob das, das ist dann, ist schwierig. Ja, die Franzosen sind ein wenig frivoler und polyamorous und was nicht alles, das ist tendenziell da eher verankert als bei uns und vielleicht sind wir Deutschen auch ein bisschen brüder und gerade in den letzten Jahren vielleicht auch noch brüder geworden, aber spätestens bei Pädophilie ziehe ich eine deutliche Grenze. Das sind so meine Gedankengänge dazu. Patrick, willst du noch irgendwas dazu sagen? Gibt es noch was? Ja, ich finde das Thema Pädophilie in der Hinsicht auch schwierig, auch wenn ich normal solche Comics mit Sexbezug, ich habe da auch keine Hemmungen, aber also ich tue mich nicht schwer, Comics mit Sexbezug zu lesen, aber gerade bei Pädophilie ist bei mir auch so eine gewisse Grenze, wo ich sage, ich weiß nicht, ob ich das lesen will. Okay, dann klar, wenn irgendwie von den Hörenden jemand dazu mehr sagen möchte oder das irgendwie mehr diskutieren möchte, findet ihr uns, wie erwähnt, in den entsprechenden Signal- und Telegram-Gruppen. Da gibt es die Links dazu unter der Folge und unter jeder Folge, glaube ich, eh zu finden. Kommen wir zu dem nächsten Comic, den ersten, den ich bespreche. Der Comic heißt Bastard von Max de Radigue, sage ich jetzt mal so, ist in Deutschland 2018 bei Reprodukt erschienen, in Belgien 2017 bei Kastamann. Die deutsche Übersetzung ist von Andreas Förster und das Lettering der Reprodukt-Ausgabe ist von Dirk Rehm. Hm. So, also. Bastard. Ähm. Hinten, ich lese mal, was hinten draufsteht und dann kann man das noch einordnen. In Bastard verbindet Max de Radigue Bonny und Clyde Roadmovie mit Tarantino-Faktor und Melodram. Klingt nach schon mal sehr reißerisch, äh, wie man Sachen halt verkauft. Da schreibt man dann halt Tarantino und Bonny und Clyde drauf. Das sind die Sachen, die das potenzielle Publikum vielleicht auch irgendwie einordnen können. Worum geht's? Es geht um eine junge Mutter mit einem recht jungen Sohn. Irgendwie schwirrt mir im Kopf das Alter acht Jahre rum, aber ich kann's jetzt gerade auch nicht verifizieren. Ähm. In den, im Südwesten der USA, May und Eugene heißen sie beide und sie sind auf der Flucht. Sie waren involviert in ein, 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 ein großes Bankraubszenario. Eine ganze Bande von Räubern und Räuberinnen haben gleichzeitig diverse Läden, diverse Banken ausgeräumt, haben jeweils eine gute Menge Geld erbeutet und, ähm, sich in alle Winde verstreut. Und jetzt sind May und Eugene auf der Flucht vor der Polizei, die sie sucht. Vor anderen Räubergenossen, die sie suchen und ihnen das Geld abnehmen wollen. Ähm. Sie treffen verschiedene Menschen. Sie treffen natürlich auf die Polizei. Sie treffen, wie gesagt, auf diese anderen Gangster, die sie jagen. Sie geraten in Autounfälle, in Schießereien. Ähm. Alles, was man sich in so einem Genre-Stück vorstellen will und kann. Ähm. Es geht dabei aber auch sehr stark um diese Beziehung zwischen den beiden Figuren, zwischen Mutter und Sohn und generell um die Familienverhältnisse. Ähm. Im Laufe der Geschichte wird es also immer mehr auch wirklich zu so einem Familiendrama, das sich nach hinten raus in dem Comic auch noch so ein bisschen weiter auflöst und weitere Informationen kommen, so zur, zur Vorgeschichte dieser Figuren, die ich jetzt hier aber nicht weiter verraten will. Ähm. Es ist eine sehr geradeaus erzählte Geschichte mit vielen Elementen, die man aus solchen Geschichten kennt und vielleicht auch erwartet. Ähm. Es ist, äh, ja, relativ, es spart auch nicht an, an Sex, Sex und Gewalt. Es ist alles vorhanden. Es ist in Schwarz-Weiß gezeichnet, ohne Graustufen, mit einem sehr klaren Stil. Ähm. Aber eben auch inhaltlich dabei tatsächlich dann auch, äh, ja, nimmt es sich nicht zurück mit, äh, auch dem, dem doch relativ jungen Sohn, der also voll in dieser Gangsterwelt mit drin ist und im Zweifelsfall auch zum Messer und zur Waffe greift und sich verteidigt und seine Mutter verteidigt und vollkommen in dieser, in dieser Gangster- und Räuberwelt so mit, mit drin ist. Und das für die Mutter dann natürlich auch so ein bisschen mit das Thema ist, ist es, äh, ja, wie kann das weitergehen? Ist das, ist das, ist das, ist das eigentlich in Ordnung, dass ich mit meinem Sohn hier so ein, so ein, ähm, so ein Räuberleben führe? Mir hat er sehr gut gefallen. Ähm. Es ist ein, vom Format her, relativ kleiner Band. Der hat fast so Manga-Format. Ich glaube, es ist ein bisschen breiter als der klassische Manga, aber von der Höhe könnte es ungefähr hinkommen, jedenfalls. Ähm. Was ich auch sehr interessant finde, der ist ursprünglich in Fortsetzung im Zene-Format, so als Mini-Comics erschienen. Also Max de Radigée hat den in, äh, ich hab's vorher nachgeschaut, ich glaub zwölf, oder ne, 16 Mini-Comics, ah, zwölf Seiten, ähm, vorab veröffentlicht zwischen 2014, 2016 und dann eben 2017 diesen Sammelband rausgebracht. In den einzelnen Mini-Comics waren dann auch mal auch noch so Pin-Ups oder einseitige Kurzcomics von anderen Künstlerinnen und Künstlerinnen mit drin. Die sind in dieser Sammelausgabe hinten auch mit abgedruckt. Und die Seitengestaltung ist, ja, mit diesem kleineren Format und eigentlich in so einem, in so einem, in so einer Sechs-Panel-Struktur, die halt dann ab und zu mal natürlich auch irgendwie aufgelöst ist, dass auch mal zwei Panels für so ein Panorama-Panel zusammengenommen werden, wie man das so kennt. Und, äh, aber so ansonsten eigentlich so eine sehr, ja, strukturierte, ähm, Mechanik, die da durchgezogen wird. Also ich fand's gestalterisch ganz toll. Mich hat, als ich das das erste Mal gesehen hab, wahrscheinlich als es damals erschienen ist, äh, hat's mich erst mal zeichnerisch angesprochen. Und dann bin ich natürlich auch, ähm, Fan von solchen, ja, relativ klassischen Road-Movie-inspirierten Geschichten. Immer so dieses, äh, Liebespaar im Auto auf der Flucht vor der Polizei auf dem Weg nach Mexiko und so, ne, wie man's aus vielen anderen, ähm, Filmen und, und Geschichten kennt. Und wie gesagt, das wird hier auch sehr, sehr schön durchzelebriert, jetzt ohne jetzt zwingend große neue Farben dem Ganzen hinzuzufügen. Aber wie es erzählt wird, finde ich sehr, sehr gekonnt, sehr, sehr sympathisch. Die Beziehungen zwischen den Figuren sind sehr interessant und sehr sympathisch. Und wie gesagt, dann eben auch, was nach hinten raus dann noch passiert und dann auch tatsächlich so die, der Abschluss des Comics, so die letzte Seite, finde ich, finde ich recht stark gemacht. Ähm, 14 Euro, die Geschichte selber, 176 Seiten plus dann eben noch diese, diese Pin-Ups und, und Einseiter-Comics, die hinten mit drin sind. Also lass das irgendwie grob 185 Seiten sein oder irgendwie sowas. Ähm, finde ich sehr, sehr angemessen. Schöner Band, ähm, als, als Unterhaltungs-Comic absolut zu empfehlen. Da, finde ich, kriegt man, kriegt man echt eine gute Geschichte erzählt, schön gezeichnet und finde ich eine feine Sache. Ich weiß, Andi hat den auch schon mal gelesen. Was hast du dazu zu sagen? Dass das schon auch ein bisschen her ist. Ich habe den auch als dieses Roadmovie-Ding habe ich in Erinnerung. Ich habe da auch gewisse Parallelen zu diesem Florida-Projekt irgendwie noch im Kopf, dass es einen Film, den es mal gab, in dem wir letztlich eine eher sozial schwache Familie sich so ein bisschen durchs Leben schnorren sehen. Und auch sowas habe ich hier dunkel in Erinnerung, dass das ja letztlich auch Menschen sind, die vielleicht nicht ohne Grund, ja, in einem Auto leben und durch die Stadt, äh, Staaten fahren und sich irgendwie so durchs Leben, ja, letztlich im wahrsten Sinne des Wortes schlagen. Ich weiß nicht mehr genau, wie die letzte Seite war, aber ich glaube, ähm, das ist insgesamt eine Geschichte, äh, das hat mir sehr gut gefallen, das Ende. Ich war, glaube ich, auch kurzweilig unterhalten und ich denke, dass insgesamt auch eine gewisse, ja, Dramaturgie da durchaus mit einhergeht, ne. Also es ist halt eben eine Vater, Quatsch, eine Vater, eine, eine, eine Sohn-Mutter-Geschichte, also eine Mutter-Kid-Geschichte so rum. Und das, ähm, ist schon, ist schon sehr beeindruckend. Das sind so die Sachen, die ich, glaube ich, noch weiß und ich habe ihn halt als sehr gut und kurzweilig in Erinnerung. Ich glaube, das ist das Beste, was ich jetzt noch zusammenkriege. Breedstone, kennst du den zufällig? Nee, den habe ich auch nicht gelesen. Patrick, wie ist es bei dir? Ich kenne es leider auch nicht. Man könnte ja aber fast schon eine Strichliste machen, wie viele erwähnt Tarantino, wenn es irgendwie so eine Bonnie- und Clyde-artige Story ist, weil Tarantino zieht halt mittlerweile eher. Vom Thema her interessiert mich das dann schon und auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis klingt das nach einem sehr fairen Deal, würde ich sagen. Ja, diese Tarantino-Nummer, da bin ich auch kein Fan von, aber wie du schon sagst, das schreibt mal hinten drauf, weil das gewisse Assoziationen beim breiten Publikum weckt und dann einfach so ein, ja, so ein schneller Verweis ist, um irgendwas irgendwie so ein bisschen einzuordnen. Aber ich finde auch, wenn man das jetzt ein bisschen tiefer sich anschaut, dann bezieht sich halt auf die Sachen, auf die Tarantino sich auch bezieht. Also da muss man eigentlich dann doch noch ein paar Jahrzehnte weiter zurückgehen und sich andere Geschichten hernehmen, die ich vergleichbarer finde mit Bastard, als jetzt Tarantino, bloß weil es ein Roadmovie ist und Tarantino halt True Romans und Natural Born Killers geschrieben hat. Das ist genauso wie jedes Mafia-artige Ding Martin Scorsese verglichen werden muss. Irgendwie gehen die gleiche aus. Naja, wie auch immer, guter Comic ist zu empfehlen. Andi, du darfst weitermachen. Ich darf weitermachen und ich freue mich mega, endlich über was reden zu können. Was ich eigentlich, also das will ich schon so lange lesen und glücklicherweise habe ich ja hier diesen Comic-Podcast, in dem ich einfach mal über Comics sprechen kann. und tatsächlich hatte ich, ja hier habe ich ja diese Reihe hier gemacht mit Dingen, die in meinem Regal stehen und die schon lange mal gelesen werden wollten und da hatte ich mal vor nicht allzu langer Zeit sogar digital gekauft, so gefühlt einmal alles, was man von Möbius kaufen kann. Und da war ich, da hatte ich ein bisschen Respekt vor, weil ich weiß, dass Möbius, das ist so mal mindestens eine Wellenlänge oder eine Größenordnung, ein Level, eine Liga mit so Leuten wie auch zum Beispiel Will Eisner oder so, ja. Oder, keine Ahnung, ich habe hier vor kurzem auch Akira vorgestellt. Das sind also wirklich diese großen Comics und große Comics-Schaffende und da ist Möbius mit O, E, wohlgemerkt nicht der Vampir aus dem Marvel-Universum. Das ist dann schon so eine Hausnummer, da traust du dich, da habe ich mich nicht einfach so angetraut. Ich habe dann mal bei uns in den Chatgruppen rumgefragt, hier ein Stück Möbius, ich hatte ja vermutet alles zu haben, was würdet ihr mir empfehlen, wo steige ich am besten ein. Und nach einigem Hin und Her sind das so drei Sachen, die mir dann regelmäßig an verschiedenen Stellen empfohlen wurden. Zum einen die Reihe Inkal, die hat der Patrick zumindest, glaube ich, den ersten Band hier in der Runde auch schon mal vorgestellt. Da hört unbedingt noch mal rein. Ich weiß gerade nicht, welche Ausgabe das war, aber wenn wir ein bisschen suchen, dann kriegen wir das auf jeden Fall noch mal raus. Die hätte ich lesen können, aber ich wollte nicht noch über was reden, was wir schon mal gesprochen haben. Die beiden anderen großen Empfehlungen waren sowohl die Hermetische Garage als auch Arzach. Und die Hermetische Garage, die hatte ich dann tatsächlich Englisch vorliegen, auch in der digitalen und vor allem kolorierten Fassung. Habe dann reingelesen, da ist noch was anderes vorangestellt, wo wir eine Figur kennenlernen, die hier auch in der Hermetischen Garage eine große Rolle spielt. Und machen wir es kurz. Ich kann schon Englisch, ich kann auch reden. Ich lese auch regelmäßig englische Comics. Der Picard war auch auf Englisch und so. Aber, also ich habe das nicht verstanden. Das hat ja ein Franzose geschrieben. Ich weiß nicht, ob das da die, wahrscheinlich war das dann schon die übersetzte Fassung oder so. Aber da waren so viele Fremdworte drin. Und wer Möbius und seine Art Schreibens und insbesondere die Hermetische Garage kennt, der weiß, dass das etwas ist, was sowieso schon viel Aufmerksamkeit von einem abverlangt. Kurzum, ich habe die englische Fassung nicht gerafft. Dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach deutschen Alternativen. Und da gibt es im Wesentlichen zwei. Das ist nämlich einmal die Veröffentlichung beim CrossCult Verlag, die irgendwann vor, keine Ahnung, 10, 15, 20 Jahren kam, diese aber in der Form nicht mehr zu bekommen. Und glücklicherweise gibt es dann noch die Ausgabe der Möbius Collection, die erscheint und ist auch weiterhin dort erhältlich beim Splitter Verlag. Die habe ich mir dann besorgt und die habe ich jetzt auch gelesen. In dieser Collection, in dieser Ausgabe der Collection, da gibt es verschiedene Sammelbände zur Möbius Collection, ist jetzt enthalten Arzach und die Hermetische Garage, also diese beiden Bände. Und da hatte ich zu dem Zeitpunkt, als hier das Deutsche angefangen habe zu lesen, schon auch die Vorworte der englischen Ausgabe gelesen. Unser Möbius, das ist nicht irgendwer. Ich möchte jetzt hier noch kurz mal so tun, als hätte ich mich vorbereitet und möchte den vollständigen Namen von dem irgendwo rauszaubern. Ist ein Franzose, aber wisst ihr den zufällig auswendig? Ja, Jean Giraud. Giraud, genau, danke schön. Jean Giraud, übrigens gestorben, habe ich hier 10. März 2012. Der ist für vieles bekannt. Für unheimlich vieles, unter anderem, weil er maßgeblich, das kann man so sagen, das Comic-Genre mitgeprägt hat. Viele Dinge, die ich jetzt hier gesehen habe, erinnern mich natürlich auch an andere, vor allem im Science-Fiction-Bereich, bekannte Designs. Also Star Wars lässt sich definitiv grüßen. Auch vieles Weitere, was sich jetzt hier, also das kann man gar nicht alles aufzählen. Der hat ja auch zusammengearbeitet, dann später bei dem Versuch an der Umsetzung von Dune. Mit dem, wie heißt dieser Schauspieler, wisst ihr es auch besser, Jungs? Wie heißt das? Da gibt es riesen dicke Doku zu. Wie heißt das? Meinst du den Regisseur, Alejandro Hodorowsky? Ja genau, mit dem hat der zusammengearbeitet bei der Frage von Designs und so. Also der ist auf jeden Fall, genau wie Geiger, einer von diesen Menschen, auf die man irgendwo zu sprechen kommt, wenn man sich über Science-Fiction-Designs unterhalten möchte. Jetzt kommen wir hier mal auf den Comic zu sprechen und soweit ich das rausbekommen habe, war unser Möbius jemand, der den Drogen nicht sonderlich abgeneigt war. Und insbesondere hier, und das ist die eigentlich hier im Mittelpunkt stehende Geschichte, die hermetische Garage, spielt den Drogen vermutlich eine entscheidende Rolle. Er hat hier ein Experiment gestartet. Im Gegensatz zum sonstigen Comic-Schaffen, vieler Comic-Schaffender, wo du im Erstellungsprozess des Comics dir einen groben Handlungsbogen überlegst, dann irgendwie Panels aufbaust, Rohskizzen machst und letztlich halt irgendwie versuchst, eine runde abgeschlossene Geschichte zu erzählen, ist hier die Kurzfassung des Entstehens quasi die, dass er eigentlich immer nur so eine, ich glaube sogar zwei Seiten waren es, gezeichnet hat. Das Ganze ist erschienen im Rahmen eines Magazins, vermutlich war das ein Anthologie-Magazin, ein französisches, dessen Namen ich gerade auch nicht kenne, egal. Er hat es zwei Seiten gezeichnet und dann hat er irgendwann später weitergemacht und das Ganze war erstmal quasi Open End. Es gab jetzt nicht so diese runde, große eine Geschichte und so wirkt es übrigens auch. Es ist schon sehr für alles. Es ist also auch keine Geschichte, die man lesen kann, wenn man auf runde abgeschlossene, story arcs mit roten Fäden steht. Viel eher liest man das hier und das ist der große Punkt, glaube ich, der sich vermutlich, berechtigt mich, wenn es besser ist, durch das komplette Schaffen von Möbius zieht. Er ist halt vor allem erstmal Comic Artist, also Zeichner und da hat er in dem, was ich hier gesehen habe, Erstaunliches geschaffen. Die Ausgabe, die mir jetzt hier vorliegt, die kommt in schwarz-weiß daher von der hermetischen Garage und nicht etwa wie die US-Version, die ich da digital gelesen hatte oder angefangen hatte zu lesen in koloriert und der liebe Leger Legende hat den Hinweis dargelassen, dass das ja Absicht sein könnte, hier nicht die kolorierte Fassung zu veröffentlichen. Was halt daran liegt, dass wir hier vermutlich uns, also wir sollen uns halt aufs Artwork, auf die Line Arts konzentrieren und da insbesondere wohl auch auf die Linien, für die Möbius wohl so sehr bekannt wäre und wenn man versucht, sich mal dem Thema Linien zu nähern, dann kann man das, was der Leger Legende hier gemeint hat, auf jeden Fall so unterstreichen. Wir haben in fast jedem Panel unfassbar viele Details, also unfassbar. Sei es Schatten, sei es die Frage der dreidimensionalen Darstellung von, was ist es, einem Mantel, einem Kopf oder sonstigem jeglichen Gegenstand. Das Artwork ist hier sehr detailverliebt und gibt viele, viele kleine, dünne Linien, viel, was vor allem hier ohne Vorzeichnung entstanden ist, soweit ich das gelesen habe. Er hat, und das ist schon beeindruckend genug, sich quasi abends hingesetzt, im Vollrausch seiner Drogenexzesse, irgendwas irgendwie irgendwo hin aufgezeichnet und am nächsten Tag oder am übernächsten Tag, wenn er wieder halbwegs klar war, hat er sich seine Werke angeschaut und hat aus denen das rausgenommen, womit er halt weiterarbeiten wollte, was er quasi ausgearbeitet hat, wenn er halt meinetwegen Designs irgendwie toll fand, hat er die halt dann genutzt, um die in seine Zweiseitergeschichte zu packen, die dann später in diesem Magazin erschienen ist. Und was dabei rauskommt, sind letztlich atemberaubende Settings. Das ist schon irgendwie Science Fiction, aber Weirdo Science Fiction, also nicht so glatt gebügelt, wie zum Beispiel das Star Trek Ding, das ich vorhin vorgestellt habe. Das sind klare, glatte Kanten, irgendwas im Weltraum, irgendwelche Laser, irgendwelche Aliens, aber hier ist alles, also eigentlich alle zwei Seiten, passiert irgendwas, womit du nicht gerechnet hast, auf irgendeine Art und Weise des Designs, mit der du ebenfalls nicht gerechnet hast. Das ganze Ding hier ist, glaube ich, in den Jahren 76 bis 79 erschienen, alle paar vermutlich Wochen, dann halt eben ein neuer Zweiseiter und da ist viel wirres Zeug mit drin. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, hier mal exemplarisch Beispiele zu nennen. Also eine Szene gibt es, da sehen wir plötzlich eine Figur durch die Wüste laufen, die sieht so ein bisschen aus wie dieses Phantom von diesen Charlton Comics oder Charleston Comics, die es früher gab. Also das große Phantom in Lila, wo es jetzt auch diese Neuauflage gibt, diese deutsche. Und dann ist das aber gar nicht eine Figur, die hier scheinbar mit sich selbst redet. Nein, diese Figur bleibt plötzlich an einem Abhang stehen, guckt sich irgendwas an und dann klappen aus dieser Figur am Schädel dieser Figur auf der Front klappt quasi eine Tür auf und da sind dann wiederum kleine Menschen drin in diesem Kopf, womit wir dann merken, okay, das ist also offensichtlich ein riesengroßer Roboter und nicht etwa der Mensch, von dem wir jetzt schon irgendwie eine Seite gesehen haben. wird also so wirklich so komplett überraschend und unzählige weitere meinen Lesegewohnheiten, alles andere als entsprechenden Ideen, die hier abgefeuert werden, aber vor allem im Artwork. Wenn man damit zurechtkommt, wenn man hier, als ich da irgendwann darauf eingestellt hat, dass das eben jetzt hier keine fortlaufende große Geschichte ist und immer, wenn man den Moment hat, okay, man glaubt jetzt zu wissen, worum es geht, dass man das eigentlich überhaupt genau gar nicht weiß, weil der Autor das zum Zeitpunkt des Schaffens auch nicht wusste, dann ist das faszinierend und abschreckend zugleich und ich hatte mich irgendwann daran gewöhnt und ich kann sagen, das ist wahnsinnig beeindruckend, man muss das in Ruhe, langsam und vor allem mit Genuss lesen, man muss sich auf das Artwork einlassen und man darf hier nicht erwarten, irgendwelche Antworten auf irgendwelche Fragen zu bekommen. Auch wenn es hier, und das ist ja immer ganz lustig, am Anfang von jeder Doppelseite gibt es immer so eine kurze Einleitung. Da hat sich dann der Möbel das hingesetzt und hat versucht, hier ein Resümee, eine Zusammenfassung des bis jetzt Geschehenen zu fassen und da sind mal nur so zwei, drei Sätze, die super nicht sagend allgemein sind und dann sind da mal Sachen dabei, die ich jetzt hoffentlich ruckelfrei und stressfrei und lesefehlerfrei vorlesen kann. Achtung, fünf Zeilen, ich hoffe, ich schaffe das. Da ist jetzt quasi am Anfang dieser Doppelseite ein Versuch einer Zusammenfassung des bereits Geschehenen und ich sage mal so viel, egal was ich jetzt vorlese, womöglich ist man danach nicht schlauer als vorher. Da steht folgendes als fünf Zeiler bevor die Panels losgehen. Während er auf dem Damm eines kleinen Astroports der Oberbeanten in Begleitung seines Lieblings Kulium entlang schlenderte, hatte Major Grubert, das ist das erste Mal, dass ich weiß, worum es jetzt geht, eine Art Erleuchtung. Mithilfe von 13 Dehnungsgeneratoren mit Grubert-Effekt, in Klammern, er hatte das Patent am Vorabend hinterlegt, Klammer zu, konnte er jeden Asteroiden, der an einem beliebigen Ort des Gürtels verloren gegangen war, in eine riesige und komplexe Welt transformieren, wenn nötig, mit verschiedenen Ebenen. Die Abfolge der Ereignisse sollte ihm Recht geben. Erst viel später traf er Malvina wieder. Malvina. Okay, also kurz, ich habe keine Ahnung, wer Malvina ist, ich habe keine Ahnung, von was für Geräten der spricht, ich weiß nicht genau, von was für Welten die Rede ist, ich könnte es mir zusammen interpretieren, aber ich weiß es nicht und jetzt habe ich hier wirklich ein bisschen vor mich hingestammelt und es vorgelesen und ich sage euch, ihr seid vorher und nachher nicht schlauer. Was da steht, hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was da vorher passiert ist. Das ist bestenfalls eine Art Interpretation dessen und ihr merkt schon, dass es alles ein bisschen wirr, aber auch ein bisschen geil und faszinierend und wir steigen hier irgendwann mit in den drogenverseuchten Kopf des Künstlers mit ein und das wird für mich halt durch und durch getragen durch diese sehr beeindruckenden Artworks. Yo, werde ich weiterlesen? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, denn ich muss sagen, ich glaube, ich wäre hier glücklicher gewesen mit einem Bildband, meinetwegen einem kommentierten Bildband, wenn man hier also, ich sage mal, so einzelne Panels rausgegriffen hätte und die daneben für mich erklärt. Ich glaube, da hätte ich einen besseren Einstieg gefunden in dieses Thema und die Arbeit von Möbius. Bekomme ich jetzt hier aber so eine Geschichte doch recht, ja, wenig geradlinig und sehr künstlerisch verspielt, angeboten, dann ist das halt, also die Story, da muss halt ein, da macht man recht fix einen großen Haken dran. Ja, und vom Artwork her, da müsst ihr mich jetzt wiederholen, daran kann ich mich halt verlieren. Das ist toll, das ist schön, das ist faszinierend, da will ich unbedingt mehr sehen und deswegen glaube ich, bin ich vielleicht auch besser bedient, wenn ich mich der Inkal-Reihe demnächst nochmal widmen werde, denn da war er meines Wissens dann möglichst nur Zeichner und nicht für die Geschichte verantwortlich. Es gibt dann auch noch eine Fortführung von Inkal, das ist ein Prequel, an dem er zeichnerisch nicht mehr beteiligt war, soweit ich weiß. Auch das habe ich hier digital vorliegen, das wiederum kommt auch koloriert daher, zumindest in der Fassung, die ich habe und ich glaube, dass, wie gesagt, die Hermetische Garage vielleicht einen guten Einblick darin gibt, was Möbius so gemacht hat, aber er, dass er trotzdem kein guter Einstieg ist oder anders, wenn das schon der beste Einstieg ist, dann ist man, ist wirklich schwierig. Und vielleicht noch ein paar wenige Worte zu dem, was vorangestellt wird hier in dieser Collection, nämlich Arzach. Arzach, das sind vier verschiedene Kurzgeschichten ohne Sprechblasen, die haben dann so spannende Namen, also die klingen alle gleich. Arzach, Harzack, Arzack, aber mit K und Harzack irgendwie. Also alle ähnlich und doch anders und da verfolgen wir eine Figur, die aus so einer Art Mischung aus, weiß nicht, Taube und vielleicht Robbe und auf jeden Fall auch Flugsaurier umherfliegt in einer vermutlich dystopischen Welt. Das Ganze ist hier auch koloriert, es geht wohl um Jagd, es geht ein bisschen was geht's eigentlich? Ich glaube, fressen und gefressen werden ist auch irgendwie so ein Thema dieser Geschichte. Ja, und das war zumindest bisschen einstiegsfreundlicher, weil da gar nicht erst der Versuch besteht, irgendwie einen Zusammenhang herzustellen zu anderen Storys oder so. Tja, das sind so wenige Worte, glaube ich, nochmal dazu. Jetzt habe ich ganz viel gesagt zu Möbius und das kann man hier auch nicht abschließend besprechen. Ich frage gleich mal eine Runde, Breedstorm, wie sind denn deine Erfahrungen mit Möbius? Ja, also ich habe vor einigen Jahren gelesen von Crosscult, die haben einige Werke von ihm neu rausgebracht und einige ältere und das hat mir eigentlich durchweg wie dir optisch sehr gut gefallen und der Inkarl ist natürlich da eine andere Nummer, weil es doch ein bisschen mehr Story einfach auch hat. Von den Blueberry-Sachen will ich jetzt nicht gar nicht erst anfangen, das wäre wieder ein eigener Podcast fast, aber hat mir sehr gut gefallen und wie ich jetzt im Nachhinein rausgefunden habe, ja, das ist ja eigentlich Surrealismus, was er macht. Also, dass er Weltraum-Surrealismus kann man das vielleicht oder auch so Traumwelten, dass er halt so Fabelwesen erschafft, die es nicht gibt oder sowas, das ist ja im Surrealismus, also im Zeichenstil ganz genauso und da hat er sich bestimmt einiges von gepackt und zu Papier gebracht. Finde ich sehr gelungen. Also, da kann ich auch jedem nur empfehlen, da mal reinzugucken. Kannst du diese, kennst du auch die kolorierte Fassung oder hattest du auch nur die Schwarz-Weiß-Fassung? Unterschiedlich, also ich weiß gar nicht, was die jetzt von CrossCult war, aber ich habe auch unterschiedliche Sachen von ihm gesehen, das würde ich jetzt, in dem Fall geht es für mich eher auf die, ja auf die merkwürdigen Figuren oder sowas, die da konstruiert wurden oder auch so Hintergründe, also er hat auch so einen leichten, leichten Drang, mal so einen Penis einzubauen, so einen Hintergrund als Pilz oder so, also das, das ist ganz, ganz wichtig für ihn, dass immer mal da Genitalien verbaut werden oder andere Sachen so, wo du nur auf den zweiten Blick vielleicht draufkommst, manchmal wird es dir aber direkt ins Auge gehalten und das mag er einfach, aber das, man muss es natürlich auch, wie du schon gesagt hast, in dieser Zeit sehen, in den 70ern, wo Sexualität ganz anders angesehen wurde, als das heutzutage der Fall ist. Patrick, du hast ja Inkal gelesen, wie waren es deine Eindrücke zum Möbius und kennst du vielleicht sogar das hier? Ich hab das hier sogar kurz vor diesem Cast gelesen und dachte danach, heilige Scheiße, mein Hirn ist jetzt erstmal Matsch. Also musste ich mich danach wirklich ordnen. In dem Band ist es so gefühlt, dass was David Lynch in seinen härteren Filmen macht, in seinen unzugänglicheren, er hat quasi so einen Krankentraum oder so einen Fiebertraum hat er quasi ohne eine Anleitung hat er dir vorgesetzt und hier bist du in seinem Drogenrausch. Was der da in Ideen abfeuert, das sucht wirklich seinesgleichen. Ein paar Sachen hab ich auch wiedererkannt, dass mit diesen riesigen Robotern, das hab ich zum Beispiel bei Dr. Who oder bei Man in Black auch wiedererkannt, dass da so kleine Menschen in diesen großen Robotern sind. Aber, puh, das ist echt schwer zu beschreiben. Also du kriegst hier, auch wenn sie es immer wieder versuchen, keine große Anleitung, und musste ich dann diesen Rausch irgendwie durchfriemeln oder durchsuchen, bis ich dann gemerkt hab, nee, eigentlich genieße ich den Rausch, ich genieße die Zeichnungen und das bietet ja wirklich schon einiges an Ideen. Auch ist die Seitenaufteilung hier sehr experimentell. Es ist nicht in seiner Acht-Panel-Afteilung wie zum Beispiel bei Asterix gefangen. Er spielt hier wirklich immer wieder mit dem Format und guckt, wie viel Text kann er einbauen. Manchmal reduziert er es aufs komplette Gegenteil, also macht eher so stumme Comics. Aber ich freu mich da beim nächsten Stammtisch da mal mit Leger, Legende und mit Jürgen drüber zu reden, was die da rein interpretieren. Also ich lass mich da gern mal von denen aufklären. Auch wenn sie den Cast dazu wahrscheinlich später hören. Also ich fand den schon klasse, aber hui, mein Hirn war danach erstmal ein bisschen, hatte gleich ein Blackout. Deswegen, ich empfehle da auch eher erstmal der Inka, den hat der sogar mit Jürgen Rowski gemacht, also der, der diesen Dune-Film machen wollte. Der hat ihn dann auf einmal eine Story geschrieben und Sachen, die in dieser Dune-Verfilmung hätten vorkommen sollen, die wurden da in der Inka verarbeitet. Also sieht man da auch, wie gut er eigentlich in Science-Fiction war, wenn man ihn an die Leine genommen hat. Also ich bin nach wie vor Fan von ihm. Ich kann verstehen nach diesem Band besonders, wenn man nichts mit ihm anfangen kann. Aber diese kreative Energie, die er sogar noch im Rausch hat, bewundere ich sehr. Und auch diesen Zeichenstil, also Hut ab. Auch, dass er mit Marvel an Silversurfer und sonst was gearbeitet hat, war schon ein sehr, sehr cooler, interessanter Typ, von dem ich gerne mehr lese, aber ja, Bildband wird's wahrscheinlich auch tun. Ja, Silversurfer hab ich tatsächlich noch vor mir. Der ist wahrscheinlich auch eher noch geeignet, weil er halt eine zusammenhängende Handlung hat halt. Andi, kannst du zu Möbius noch irgendwas ergänzen? Also die Hermetische Garage hab ich gelesen vor 10 oder 11 Jahren. Ich hab die CrossCult-Ausgabe, die ist schon zweist, das ist die, die ich gelesen habe. Hat mir gut gefallen, dass ich aufzeichnerisch, brauchen wir alle nichts mehr dazu sagen, sowieso. Eigentlich über jeden Zweifel erhaben. Ich erinnere mich jetzt nicht großartig inhaltlich oder so an die Hermetische Garage. Ich weiß, dass ich generell so den Stil, die Atmosphäre mochte und ich glaube, das ist auch was, worum es auch hauptsächlich geht. Geht es jetzt nicht wirklich darum, einer fortlaufenden Handlung irgendwie zu folgen, sondern eher sich so ein bisschen in so einer Atmosphäre zu verlieren, sich da fallen zu lassen, sich davon gefangen nehmen zu lassen, wenn man sich darauf einlassen kann. Das muss auch nicht funktionieren. Vielleicht muss man auch selber erstmal einen Schluck Bier trinken oder so, bis das funktioniert. kann auch sein. Und das, was du vorgelesen hast, also das ist ja auch das, was so die ersten Kommentare zu Star Wars waren, zu dem Drehbuch und so, diese Sachen, du kannst das zwar schreiben, aber niemand kann das aussprechen und so. Irgendwelche Namen erfinden, die keine große Bedeutung haben, die aber halt ein Worldbuilding darstellen. Man muss nicht immer alles wissen, was was ist und wer wer ist und das sind dann einfach so zusätzliche Elemente, die auf was hindeuten, was eben hinter dem ist, was wir auf der Seite oder in dem Film oder was auch immer präsentiert bekommen. Obendrein frage ich mich und da dazu kann ich nichts sagen, weil ich kein Französisch kann. Ich fände es interessant, sich das dann wirklich mal im Französischen anzuschauen, weil es natürlich auch sein kann, dass dieser Text einfach wirklich auch weniger auf einen Inhalt als mehr auf einen Klang oder auf einen Rhythmus oder so angelegt ist. also dass quasi in diesen Worten, die Möbius da erfindet, eine gewisse klangliche Poesie drin ist, die wir vielleicht in der Übersetzung nicht so mitkriegen. Wie gesagt, kann ich nichts zu sagen, weiß ich nicht, wie es im Original so ist, wäre aber durchaus möglich, dass da quasi noch eine andere dichterische Dimension mit drin ist, die uns jetzt vielleicht so ein bisschen durch die Übersetzung mit in geht. Wirklich wäre es, klingt plausibel, ja. Ja, aber man muss wirklich vor Augen halten, dass er mit Blueberry noch zeitgleich Western-Geschichte geschrieben hat. Er hat sowohl die Science-Fiction als auch das Western-Genre den ziemlichen Stempel hinterlassen. Das finde ich beeindruckend. Ja, absolut. Wie gesagt, Jean-Guirot Schrägstrich Möbius, das ist ja jetzt kein Geheimtipp. Patrick, du kannst deinen zweiten Comic vorstellen. Okay, ich habe hier jetzt von Neil Gaiman den fünften Band aus der Neil Gaiman Bibliothek von Dantes Verlag, wie man auf Partys Mädels anspricht. Das ist von den beiden brasilianischen Brüdern Fabio Moon und Gabriel die kennt man auch noch aus Daytripper aus Hellboy 1947 und 1948 und ein paar anderen Storys. Oder eben einer der beiden hat auch bei Umbrella Academy gezeichnet. Und hier ist es mal wieder eine Story von Neil Gaiman die hat natürlich mal wieder ein paar Awards gewonnen, wie das bei Neil Gaiman so üblich ist. Wenn du was von ihm liest, mindestens ein Bramstopper Award oder sonst was ist dabei. Hier geht es um zwei Kumpels, Vic und Anne. Beide sind so um die 15. Spielt im Jahr 1977. Es ist so in der Punk-Phase von London. Beide wollen auf eine Party gehen, Mädels kennenlernen. Am Anfang haben sie da sehr nette Slice of Life Gespräche über Mädels und wie man die kennenlernt, fühlt man sich wirklich so in die Fremdscham-Phase versetzt, wo man selber in die Disco gegangen ist und sich da eine Peinlichkeit nach der nächsten gegeben hat. Und dann gibt sobald sie auf der Party sind so einen leichten Umschwung. Also am Anfang ist das noch sehr fröhlich koloriert. Also Aquarellik sogar sehr, sehr schön gezeichnet. Aber sobald sie auf die Party kommen, schlägt die Stimmung um. Und man könnte sagen, das ist so die kindliche Neil Gaiman Version von From Dusk Till Dawn. Ich will jetzt nicht sagen, was es mit diesen Mädels auf sich hat, aber im Prinzip treffen da wirklich zwei Welten aufeinander, wie es bei Jungs und Mädels ja auch manchmal so der Fall ist, dass da Welten aufeinander treffen. Nur dieses Mal sind es wirklich Welten, die aufeinander treffen. Also die Welt der beiden Kumpels und die von Neil Gaimans Mythologie. Also irgendwas ist bei diesen Mädels sehr, sehr weird. Die Farbregulierung ist auf einmal mehr so in so Neonfarben quasi gehalten. Die Musik hat auch so eine eigene Bildsprache, also es sind diesmal keine Soundwords, sondern die Musik ist quasi mit der Umgebung verschmolzen. Du hörst einige Punk Sounds. Die Mädels, die sind auch wirklich sehr, sehr weird. Und wir werden wirklich in Neil Gaimans Kopf entführt oder in seine mythologische Welt. Also die Mädels entwickeln dann nach und nach natürlich irgendwas Bedrohliches an sich und es ist wirklich sehr, sehr interessant, wie dieser Genrewechsel kommt, wie sie mit den Farben spielen, wie sie mit der Weird halt spielen und wie sich die beiden mit ihrer Vertrotteltheit dann noch den Mädels annähern und merken, oh scheiße, irgendwas stimmt da nicht. Es ist gefühlt wirklich ein Comic, der wie für Gabriel Barr und Fabio Moon geschrieben ist. Also am Anfang hat das wirklich sowas von deren Comics nur, dass es diesmal in London spielt und nicht in Brasilien. Und wie die sich dann auch in dieser Situation befinden und da zurechtschlagen müssen, ist schon sehr, sehr cool gemacht. Und wahrscheinlich Neil Gaimans weirdester und offenherzigster Comic. Also so emotional habe ich ihn hier selten erlebt. Wir haben hier sogar noch den Fall, dass es hierzu auch noch eine Verfilmung gibt. Da hat uns Jürgen, also einer der Organisatoren vom Comic Stammtisch Frankfurt hat mich darauf hingewiesen oder uns in der Gruppe, dass es dazu noch einen Film gibt. How to talk to girls at parties. da ist es so, dass diese 60-Seiten- Prämisse nicht komplett tragen kannst, sondern da haben sie eine der Mädels zu einem der Hauptcharaktere gemacht. Da war es sehr schnell, was hat es mit diesen Mädels auf sich. Was dann das Besondere an diesem Film ist, da hat sich wirklich sehr, sehr viel der britischen Garde versammelt oder viele britische Bekannte sind hier. Du hast hier einen mit Lucas, den kennt man von Britain, Tom Brooke, den kennt man zum Beispiel aus Sherlock, aus Preacher, da ist es einer der Engel, Nicole Kidman, Elle Fanning, da hast dann mehr so dieses Coming-of-Age mäßige bisschen Punk ist natürlich auch dabei und ist sehr getragen von einem britischen Cast. Ich finde die Verfilmung trotz allem, obwohl die grundsympathisch ist, irgendwie dann doch schwächer, weirder, hat mich irgendwie dann doch ein bisschen kälter gelassen, aber es ist eine nette kleine Verfilmung, kann man sich geben, aber von Neil Gaiman gab es da sogar ein jüngster Vergangenheit schon deutlich interessantere, stimmigere Adaptionen, aber kann man mal machen, muss man aber nicht. Aber hier hat man auch so diese Bowie-Vibes und deswegen dürfte das auch was für Leger-Legende sein. Bei an sich bisher ist dieser Band der beste aus dieser Neil Gaiman-Bibliothek vom Dantes-Verlag. Dafür möchte ich mich bedanken, also wirklich sehr, sehr schöne Coming-of-Age-Story mit einem übernatürlichen Twist. Also den kann ich jetzt mittlerweile als eines der besten Einstiegswerke für Neulinge empfehlen, wenn sie was von Neil Gaiman lesen wollen. Moon und Bar sind ja wirklich auch ganz tolle Zeichner, du hast ja schon diverse Werke genannt, an denen sie gearbeitet haben, also ich bin großer Fan auch von ihrem Zeichenstil, auch wenn ich sie nicht immer zwingend auseinanderhalten kann, also sie machen ja viele komische zusammen, aber manche haben sie auch einzeln gemacht, also ich könnte jetzt nicht spontan drauf zeigen und sagen, das ist der eine ist der andere, aber ist ja auch egal, ich habe den Band jetzt nicht gelesen, ich habe und verbessere mich, wenn ich da jetzt falsch liege, auch ich glaube, auch diese Geschichte liegt eigentlich wieder eine Prosa-Kurzgeschichte zugrunde, die hier jetzt quasi in der Comic-Adaption vorliegt, also auch diese Kurzgeschichte, das ist absolut richtig, ja, okay, also auch die Kurzgeschichte habe ich nicht gelesen, also ich weiß, ich weiß, dass die Geschichte existiert, ich weiß, dass der Comic existiert, ich weiß, dass der Film existiert, ich habe nichts davon konsumiert, und die Geschichte hat auch mal wieder eine Auszeichnung bekommen, also typisch die Game eben. Ich habe die, auch gut möglich, dass die in irgendeiner von den Sammlungen, die ich im Regal stehen, aber auch drin ist, aber ich sie halt noch nicht gelesen habe, das ist nicht unmöglich, aber an sich, die Kombination aus Gamern mit Gabriel Barr und Fabian Moon ist auf jeden Fall schon mal vielversprechend. Breedstorm, hast du irgendwelche Assoziationen dazu? Nö, aber würde ich mir auch kaufen. Cool, kauft er sich, hat er gesagt. Andi, wie schaut es bei dir aus? Ich habe sie gekauft, ich habe sie digital gekauft, nämlich in einem Humble Bundle und habe hier parallel auch drin rumgescrollt. Ich habe die Neil Gaben Sammlung bei Humble Bundle gekauft und habe jetzt diese 67 Seiten PDF mit stolzen über 1 Gigabyte mir gerade mal durchgescrollt und das ist halt, also ich würde das lesen. Ich habe jetzt nur so punktuell natürlich mal hier und da eine Sprechblase auch gelesen und so, aber ich könnte mir vorstellen, ohne jetzt die Vorgeschichte zu kennen, diese Kurzgeschichte, dass das letztlich eine Interpretation der Gedanken ist, die Neil Gaben hat oder hatte, wenn er von so Partyabenden mit halt eben auch, also Frauen sich so versucht zu erinnern. Wenn man sich quasi alle Anekdoten, die einem so einfallen und Klischees, die man aus entsprechenden Filmen und anderen Geschichten, Medien kennt, wenn man die so ein bisschen noch diesen Fantasy-Spin gibt, auch diese Neil Gaiman Art des Denkens gibt, dann kommt da glaube ich sowas bei raus und also ich habe das jetzt hier gelesen, ich habe da mega Bock drauf, weil ich glaube, dass es auch recht emotionale Momente gibt, also gerade so diese schüchternen, wo man sich halt nicht traut, sie anzusprechen oder so, das kann ich sehr gut nachvollziehen und gerade wenn du so als Single-Mann bei so einer Party bist, dann hast du da eh oft so, also fällt es dem einen oder anderen bestimmt schwer, auch da so diesen ersten Schritt zu machen, Alkohol ist da ja oft auch ein Tür- und Toröffner und auch ein Zungenlöser, je nachdem, ja, ich würde das auf jeden Fall lesen, ich finde das, was ich gesehen habe, krass faszinierend, irgendwie, und bunt und schön und doch, doch, also gefällt mir auf jeden Fall, was ich gesehen habe. Es ist auch wirklich schön weird und deswegen bin ich so ein bisschen in den Strauch hingekommen, weil das eben so weird ist, dass es schwer ist, das zu beschreiben, vor allem, weil ich ja trotzdem nicht spoilern will, was es mit den Mädels auf sich hat. Ja, okay, wunderbar, also Leseempfehlung, Interesse bei uns ist auch da und damit kann der Breedstorm den nächsten Comic vorstellen. Breedstorms Schmuddelecke Ja, dann kommen wir zu Spend von Joe Matt, erschienen bei Drawn & Quarterly. Immer wieder in den vergangenen Jahren ging es um die kanadischen Zeichner Joe Matt, Seth und Chester Brown, von denen ich einiges vorgestellt habe und langsam neigt sich mein Vorrat dem Ende zu, keine Sorge, einen habe ich noch und ich komme jetzt deswegen zu Spend. Wenn man das Cover betrachtet, sieht man Joe Matt, der immer so aus seinem Leben berichtet, also teilweise aus der Vergangenheit, als er Kind war, aber sehr oft eigentlich eher aus einer Phase, wo er halt mit Chester Brown und Seth in Kanada sich getroffen hat, wo er sich 14 Jahre illegal aufgehalten hat und mit denen in Restaurants ging und sein Leben gefristet hat. Wir sehen ihn hier auf seinem Bett liegen, neben ihm eine Toilettenpapierrolle und sehr, sehr viele kleine Papierrollen. Er ist vollkommen zerstört, wir sehen, sein Hose ist offen und das gibt so einen kleinen Hinweis, was das Wort Spend hier auch schon bedeuten könnte, also es war mir auch neu, ist offensichtlich ein Slang-Ausdruck von der normalen Bedeutung abgesehen, sondern Spend bedeutet auch, ja, ich würde jetzt auf Deutsch sagen, wie abgespritzt oder leer oder sowas in der Richtung könnte das interpretiert werden, dieses Wort und das ist halt auch was, was Joe Matt auszeichnet, dass er sehr offen mit den Seltsamkeiten von sich selbst umgeht. Wir hatten ja in der Vergangenheit, da hat er sehr viel berichtet darüber, wie er den Playboy gesammelt hat, wie er süchtig danach wurde, wie er den wieder verkauft hat, weil er sich geschämt hat oder den irgendwo verbuddelt hat draußen, sich dann die Sachen aber wieder neu kaufen musste, weil er es immer noch gut fand und in diesem Band geht es neben diversen Gesprächen, neben diversen Rückblenden auch ein wenig über seine Pornosucht. Wir sprechen hier natürlich über eine Phase, also ich weiß nicht genau, in welchem Jahr es angesiedelt ist, zwischen 1988 und 2002, wo das Internet noch nicht so verbreitet war und für die Jüngeren unter uns, wenn man dann bewegte Bilder sehen wollte, dann war man so ein bisschen auf Videokassetten angewiesen und das ist was, was Joe Matt unglaublich perfektioniert hat, es ist quasi eine Anleitung, wie man vielleicht in den 90ern Pornografie in Maßen konsumiert hat, wenn man danach sehr, sehr süchtig war, also ich war dann doch schon überrascht, er hat zwischenzeitlich auch eine Freundin gehabt, die auch schon in anderen Comics angesprochen wurde, nämlich Trish und in diesem Band widmete er sich aber der Phase nach Trish, wo er einfach viel mehr Zeit für Pornos hat, weil Trish halt einfach weg ist, sie fand es auch schlecht, wie sie immer dargestellt wird in seinen Comics, kam auch nicht so gut an, wenn er die immer als der Bieder dargestellt hat und so weiter und deswegen ist er jetzt alleine und da kann er sich komplett auf seine Sammlung von historischen Pornos besinnen. Er hat da nämlich so sentimentale Gefühle zu filmen, die er vielleicht schon als Jugendlicher gesehen hat und zu denen er eine Bindung aufgebaut hat und zu dieser Zeit ist es natürlich sehr, sehr schwierig an altes Material zu kommen, weil zu der Zeit, wo er solche Filme gesehen hat, lass es natürlich vielleicht auch teilweise mal auf Projektor gewesen sein oder ähnlichen Medien, da kam er in den 90ern, wo das wahrscheinlich angesiedelt ist, sehr, sehr schlecht dran und deswegen muss er sich auf andere Sammler verlassen und was ihn natürlich stört, er ist natürlich chronisch pleite, also er lebt schon vom Zeichnen und macht auch viele Werbeaufträge und ähnliches und kriegt auch Vorschüsse schon für Bücher, aber nichtsdestotrotz er ist auf keinen Fall reich und deswegen macht er, was alle tun würden, wenn er Videokassetten hat, dann ist es jetzt seine Dauerbeschäftigung, er muss die Filme, die er von seinem Porno-Tauschkumpel bekommt, die muss er richtig schneiden, wenn er sie überspielt, also er hat einen zweiten Videorekorder ohne Fernbedienung natürlich, was das Ganze noch für kompliziert und er liegt quasi auf seinem Bett und schneidet die besten Szenen aus Porno-Filmen raus, jetzt werden die Jüngeren wieder fragen, wieso die besten Szenen, sind doch alles gute Szenen, müssen sagen, nein, früher gab es Filme, da war auch was drin, das nannte sich Handlung, das hat die verschiedenen Szenen gerne mal ein wenig miteinander verbunden, also du hast nicht irgendwas angeklickt und es ging sofort los und es war dann auch irgendwie relativ schnell beendet und dann zum nächsten Nein, dazwischen wurde noch geredet und solche Dinge und es wurde möglicherweise eine Handlung etabliert wie bei einem richtigen Film und das stört ihn unglaublich, dass er da einfach sich immer so seinen Directors Cut von den entsprechenden Filmchen schneiden muss und wenn er schon dabei ist, macht er was weg, was ihn stört, also wer kennt es nicht, der Film läuft und plötzlich sehen wir irgendwas, das stößt uns vollkommen ab, sei es eine bestimmte Technik oder bei ihm ist es natürlich, wenn plötzlich das Gesicht des Typen in dem Film plötzlich mehrere Sekunden lang gehalten wird, kann er gar nicht drauf, deswegen wird das auch alles rausgeschnitten, das heißt, er ist unglaublich viel beschäftigt auf seinem Bett zu liegen und analog mit seinem Videorekorder per Hand am Videorekorder irgendwelche Szenen mitzuschneiden, das muss er auch öfters wiederholen, weil das manchmal nicht so klappt und das nimmt große Teile seines Alltags ein, die er natürlich nicht zeichnen verbringen kann, was natürlich wieder dazu führt, wenn er Seth und Chester Brown trifft in der Kneipe, dann ist es sehr oft so, dass er sagt, ah nee, also essen möchte ich jetzt nicht unbedingt was, ist aber der Erste, der, wenn irgendeiner was liegen lässt, fragt, du willst es doch bestimmt und nicht mehr, nicht mehr, also das, da ist er schon sehr ehrlich zu sich selbst und seine Selbstdarstellung ist natürlich sehr neurotisch, selbstironisch und ja, also man sieht, er sieht sich schon relativ klar, dass er nicht der Held dieser Geschichte ist, also da wird nichts beschönigt und er merkt auch selber, dass das doch ein bisschen merkwürdig ist, es gibt noch so verschiedene andere Arten, wenn man so dauernd in seinem Zimmer sitzt und irgendwelche Filmchen schneidet, dann kann man natürlich auch schlecht zur Gemeinschaftstoilette die Treppe runter, das heißt, er hat sich also so eine Flasche präpariert, die er dann regelmäßig füllt, damit er nicht runter in den Flur auf die Toilette muss und das ist so, so der grobe Einblick in diesem Buch, welche Szenen man erwarten darf, was passiert da, wie kommt er mit seiner bösartigen Vermieterin klar, wie schafft er es sein Urin so zu drapieren, dass der nicht stört, kriegt er einen neuen Rekord in der Anzahl der Orgasmen bei diversen Filmen und das ist das, was sich dieser Band widmet. Ich höre nichts dazu, ich höre, ihr habt richtig Bock. Es ist ja unbedingt. Es ist ja ein bisschen Breedstorm-Standard-Programm halt, ne? Also wir wissen ja, du hast ja selber gesagt, du besprichst ja öfter oder hast in der Vergangenheit schon öfter Comics auch von Jomet und Co. besprochen und da waren ja schon ähnliche mit dabei, man erwartet ja schon nichts anderes mehr. Ja, klingt doch ganz gut, oder? Andi? Boah, ich werde das auf jeden Fall hier wieder mit diesem, mit dieser Schmuddelecke, mit diesem Schmuddelecke-Intro da verzieren, das könntest du aber wissen und ich gehe davon aus, dass es genau die anspricht, die auch die anderen schon angesprochen hat, aber jetzt ernsthaft, also ich glaube, ich könnte auch so jetzt genau gar keines der Werke vom anderen unterscheiden, ohne die selbst gelesen zu haben. Also was da Joe Matt und der Brown und wie sie nicht alle heißen, also sorry, das ist, also die machen halt, die machen halt so, 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 so Zeug, wo die Protagonisten, die Künstler selbst quasi die ganze Zeit ornanieren und daraus machen die Comics. Das bleibt, ungefähr das bleibt hängen und vielleicht sind wir wieder nochmal ein Fetisch, der ausgelebt wird. Das ist halt very special interest, aber hey, das ist Star Trek vielleicht auch. Also dem muss ich ganz klar widersprechen, der Chester Brown, der ist eher dafür da, dass er sagt, er braucht überhaupt keine Beziehung, ihm reicht Prostitution, das ist ganz klar, während, während Seth, also zumindest in dem, was ich gelesen habe, ganz andere Wandlungen hat. Also dem sein Ding ist, er sammelt halt alte Cartoons aus Zeitungen aus den 30ern und 40ern, weil er die so lustig findet und die hat irgendjemand gesammelt und er braucht die einfach, weil die gibt es nicht gesammelt. Das ist das Ding. Übrigens, Jomet kauft ihm die weg und verkauft ihm die dann für teurer, wenn er die irgendwo findet. Also das ist auch ein netter Zug für ihn, aber er ist halt auch chronisch pleite. Das ist da einfach so. Wir hatten es ja im letzten Podcast so ein bisschen davon mit Slice of Life, wo ich gesagt habe, ja, so richtig spannend finde ich das nicht, aber das stimmt ja eigentlich gar nicht. Also so Autobiografien mag ich ja schon. Ich mag aber nicht Slice of Life, wenn ich so das Leben eines Teenager, einer Teenager-Schülerin und seine Haustiere betrachten muss. Also es sollte dann schon gerne ein bisschen lustiger und unterhaltsamer für mich sein. Und hier ist halt das Nerdleben wirklich auf die Spitze getrieben und zwar so, dass ich es wirklich unglaublich finde. ich meine, es ist ganz klar von Crump beeinflusst, der sowas natürlich auch gemacht hat und er ist auch der Erste, dem in diesem Band gedankt wird und in die Richtung geht es halt. Also es ist ganz klar die Zielgruppe Erwachsene während diese, ja, diese, was ich sehr oft in Mangas antreffe, diese Schüler-Slice of Life, das ist einfach eine ganz andere Zielgruppe halt. Also man kann Breastorm nicht vorwerfen, dass er auf junge Dinge steht, er mag alles besser. Nee, wirklich nicht. Ich überlege die ganze Zeit, was es noch an anderen Künstlern gibt, die ich vielleicht sogar kenne, die in eine ähnliche Richtung gehen und deshalb nochmal konkret die Frage zu Ralf König Breastorm. Ralf König ist ja letztlich schon vergleichbar, nur halt eben natürlich mit diesem homosexuellen Schwerpunkt. Wie findest du die Arbeiten von dem? Kann man das überhaupt vergleichen? Spricht dich das, zumindest was so diese Explizität angeht, vielleicht auch ein Stück weit an? Er ist ja dann vielleicht noch kartonistischer, keine Ahnung. Was meinst du dazu? Ja, Ralf König mag ich auch sehr von seinem Unterhaltungsgrad, da habe ich auch einiges herstehen. Also das kann ich mir sehr gut, das kann ich mir sehr gut angucken. Kann man die vergleichen? Würdest du das sagen? Also bei Ralf König, er ist ja ganz klar mit dem Thema Homosexualität da geworden und das ist halt auch immer ein Thema bei ihm. Also es wiederholt sich dann, dass er sehr gerne den großen, bärigen Typen so zeigt, der am besten so sehr viel Brustbehaarung hat und so. Also du siehst auch da, was er schon gut findet. Das haben wir ja zum Beispiel gelegentlich bei diesen Zeichnern aus Toronto auch, dass die so ein bisschen zeigen, welche Arten sie gut finden. Aber ich glaube dadurch, dass Ralf König nichts Autobiografisches macht, also zumindest weiß ich das nicht, kann ich es auf keinen Fall vergleichen, weil er findet lustige Geschichten und da ist bestimmt auch einiges drin, was er vielleicht so in der Art so selber erlebt hat oder was ihn dazu inspiriert hat. Aber dass er jetzt sein eigenes Sexualverhalten oder sein eigenes Onanieverhalten sehr deutlich beschreibt und das auch noch darstellt, also ich bin eh sehr begeistert über die sportliche Leistung, die hier in diesen Band gebracht wird. Respekt. Respekt. Aber ich hätte auch gesagt, das ist wahrscheinlich so der Hauptunterschied zwischen König und John Mattes. König hat doch immer eine Unterhaltungsgeschichte erzählt, häufig auch mit einem starken komödiantischen Einschlag, meistens wahrscheinlich sogar, wenn nicht sogar immer. Und zwar natürlich auch sexuelle Themen drin, aber eben jetzt der im Vergleich dann Joe Matt, der sich auch wirklich quasi im übertragenen Sinne auch da nackt macht und seine eigenen Unzulänglichkeiten und Fehlbarkeiten und so dann öffentlich macht und sich auch irgendwie mit der Gefahr, sich ja auch der Lächerlichkeit irgendwie so ein bisschen preiszugeben als Person und nicht nur die Figuren, fiktionale Figuren komödiantisch darzustellen. Deswegen sehe ich das auch jetzt nicht so direkt vergleichbar. Also wenn ihr Tipps für uns habt über weirde Comics über alte Wichser, schreibt uns an andi.at.tele.stammtisch.de Ungefähr so, ungefähr so. Schick da mal was hin, mach mal. Ja, aber ich finde den thematischen Sprung, ich finde den sehr lustig und passend. Von Jungs, die Probleme haben sich Mädels anzunähern auf einmal zu Jungs, die Probleme haben mit dem Onanieren ist thematisch sehr passend und ich zitiere da auch Sandra von Drei Frauen Comics, die hat zu mir in Erlangen beziehungsweise auch zu Breedstorm in Erlangen gesagt, also Schmuddeleck muss ja nicht sein, das meiste, was der Breedstorm vorstellt, das ist ja schon sehr stilvoll. Das hat Sandra damals in Erlangen gesagt, daran musste ich die ganze Zeit nebenbei auch denken, aber es klang wieder so herrlich erbärmlich, dass ich dachte, ach Mann, ich sag's jedes Mal, aber irgendwie krieg ich jedes Mal Lust, was von Joe Matt zu lesen, wenn der Breedstorm darüber so beredet. Joe Matt ist so die Version von den Figuren aus dem Comic, den du vorgestellt hast. Wenn das mit den Party-Mails klappt, die erwachsene Version, die dann gescheitert ist. Ja, die erwachsene Version, die gescheitert ist, das ist dann quasi. Und um Deckel drauf zu machen, ich muss insistieren, also Probleme mit dem Onanieren hat er nicht, das ist das Einzige, was wirklich klappt in seinem Leben. Jeder kann irgendwas. Gut, kommen wir mal zu einem Comic, wo es nicht um alte Männer geht, wo es nicht um Onanie geht, es geht auch um Handanlegen am eigenen Körper, aber auf eine ganz andere Art und Weise, auf eine eher dramatischere Art und Weise. Also, der Comic heißt D, wie gesagt, der Buchstabe einfach nur D. Ich erkläre auch gleich, warum das so ist. Der Comic ist von Eva van Ristel Berge zur Offenlegung, das ist meine Tätowiererin, belgische Tätowiererin, als Tätowiererin eigentlich bekannt unter dem Namen Eva Mpachi, M-P-A-T-S-H-I. Van Ristel Berge ist ihr echter persönlicher Name, den man so eigentlich nicht findet, also wenn man nach ihr sucht, dann muss man nach Mpachi suchen. Dementsprechend, wenn man diesen Comic haben will, muss man sich auch direkt an sie wenden, den kann man nicht im Laden kaufen. Sie hat den letzten Dezember, jetzt vor einigen Wochen, öffentlich präsentiert und quasi rausgebracht, aber eben im Eigenverlag. Sie hat 200 Kopien auf Flämisch, also ihre Heimatsprache gedruckt, und 100 Kopien auf Englisch. Und es ist eine autobiografische Geschichte. Es ist ihr erster Langcomic. Sie hat vorher schon mal ein bisschen mit Comicstrips experimentiert, beziehungsweise sie hat Comicstrips veröffentlicht, online, und dann auch immer so einen kleinen Sammelband daraus gemacht. War eine Reihe, die hieß Frank and Me. Und ja, wollte schon seit Jahren eben einen langen Comic auch machen und hat auch Jahre daran gearbeitet, hat sich dieses Ziel gesetzt, das zu machen. Und darum geht's auch so teilweise mit. Also die Entstehungsgeschichte des Comics ist auch quasi so Teil der Geschichte mit, dass das so eins ihrer Projekte war. Also sie ist Tätowiererin, aber sie ist auch sonst generell einfach natürlich künstlerisch interessiert, zeichnet, fotografiert. Ihr Freund ist Musiker und sehr, sehr kreativer Haushalt, kreatives Leben. Und die Geschichte geht damit los, dass sie auf der Suche nach einer neuen, kreativen Aufgabe ist. Sie sucht irgendein Projekt, sie weiß noch nicht so richtig, was sie machen will. Und ihre Freundin und Studiopartnerin, die Studiomanagerin von ihrem damaligen Tattoo-Studio in Belgien, kommt dann irgendwann mit der Aufgabe und sagt, sie könnte ein Alphabet illustrieren. Also sich zu einem bestimmten Thema Begriffe raussuchen von A bis Z und dazu dann in einem einheitlichen Stil jeweils eine Illustration machen. Und Joke, so heißt die Freundin, gibt Eva dann diese Aufgabe und kommt mit dem Thema Psychologie ums Eck, so mit psychischen Erkrankungen oder psychischen Zuständen, dass sie daraus ein Alphabet illustriert. Eva schon immer auch sehr, sehr medizinisch interessiert, medizinhistorisch interessiert und so und findet das Thema ganz toll, findet es eine tolle Aufgabe und fängt dann an zu recherchieren und zu jedem einzelnen Buchstaben irgendwelche Diagnosen, irgendwelche Themen, die sie dann illustrieren könnte und kommt dann auch beim Buchstaben D an. Da kommen wir jetzt zur Bedeutung des Namens des Comics. Dieses D, das sie dann findet für ihr Alphabet, ist Dermatillomanie. Dermatillomanie ist, wenn man sich ständig die Haut aufkratzt. Skinpicking auf Englisch auch genannt, also wenn man sich wirklich unbewusst so die Haut blutig kratzt, also an bestimmten Stellen, an den Beinen und an den Armen, wo auch immer sich kratzt, bis Blut fließt und das auch nicht los wird, nicht einfach aufhören kann, also wo es so quasi so eine Art, und das ist bestimmt medizinisch vollkommen inkorrekt, was ich jetzt sage, aber wo es so eine Art von Tick ist, den man nicht kontrollieren kann, dass man sich eben kratzt. Und das ist etwas, was Eva schon ein ganzes Leben lang macht und jetzt hat sie plötzlich diesen Begriff vor sich, jetzt hat sie plötzlich eine Diagnose vor sich, sie weiß, dass das ist etwas, was sie nicht nur macht, sondern was auch so quasi in der Medizin existiert. Und dann setzt sie sich damit auseinander, setzt sich damit auseinander, warum macht sie das? Es gibt dann Rückblicke in ihre Schulzeit, dass sie in der Schule sehr gehänselt wurde, dass sie unter diesem Bullying sehr, sehr gelitten hat und sich unverstanden gefühlt hat und da in dieser Phase dann eben auch angefangen hat, sich zu kratzen eben tatsächlich, bis Blut fließt und das seitdem aber auch nicht mehr aufgehört hat. Es geht da um sehr, sehr dunkle Phasen in ihrem Leben. Sie zieht dann alte Tagebücher aus dieser Zeit wieder heraus und liest nach, was damals so los war, auf der Suche quasi so nach den Gründen, warum sie das macht. Sie besucht Ärzte, die ihr aber auch nicht richtig weiterhelfen können, die auch immer nur sagen, ja hören sie halt auf damit, aber irgendwie nicht tiefer schürfen können, um auf der ganzen Sache auf den Grund zu gehen, warum sie das macht und wie sie das vielleicht auch wieder loswerden kann. Der Comic erzählt diese ganze Entwicklungsphase, diese Hintergründe, diese Geschichte, die sie da so durchläuft. in so einer, wie beschreibe ich es, eingebunden eben in diese Geschichte, dass sie dieses Projekt hat und wie ihr Leben dann auch seitdem so weiterverlaufen ist, als sie dieses D auch gefunden hat und wie ihr Leben ja auch besser geworden ist, als es in der Schule war, auch wenn sie sich immer noch kratzt, also auch wenn sie das immer noch nicht irgendwie wirklich losgeworden ist, aber einfach so generell mit sich und der Welt besser im Reinen ist und auch mit den Menschen, die ihr damals also alle böse getan haben, damit auch quasi abgeschlossen hat. Deswegen, sie nennt diesen Comic im Nachwort auch Creative Non-Fiction, also sowas wie Namen und ähnliche Dinge sind halt zum Teil verändert, weil es eben nicht darum geht, da irgendwelche Leute aus der Vergangenheit irgendwie an den Prang zu stellen, sondern einfach nur wirklich quasi ihr eigenes, ihren eigenen Umgang damit zu wissen, da gibt es diesen Begriff, der das beschreibt, was ich mache und damit kann ich jetzt irgendwie umgehen. Die Gestaltung, der Comic ist schwarz-weiß mit Rot, Rot natürlich dann ebensprechend für das Blut, das eine wichtige Rolle spielt in dem Comic und immer wieder auftaucht und daher auch immer sehr gezielt eingesetzt ist. Jetzt kenne ich Eva schon eine ganze Weile, ich habe früher auch schon mit ihr über Comics gesprochen, sie war schon zum Comics-Salon mal da auch, da haben wir gemeinsam Zeit verbracht und habe natürlich auch ihre Comic-Strips gelesen, etc. Nichtsdestotrotz war ich überrascht, als ich den Comic dann gelesen habe, wie reif der ist im Comic-Erzählen dafür, dass das wirklich auch ihr erster Lang-Comic ist. Also, es ist ein relativ, der Stil ist so zwischen realistisch und Cartoon, also es ist weder so ganz stark in die eine noch ganz stark in die andere Richtung. Teilweise hat er dann auch wirklich so ein bisschen künstlerische Einschläge, teilweise so doppelseitige Illustrationen, die mehr so Zustände und Gefühle transportieren in unterschiedlichen Stilen, aber eben auch die sequentielle Erzählung ist sehr, sehr gekonnt gemacht, sieht nicht so aus wie jemand, der noch nie irgendwie einen Comic gemacht hat, sondern wirklich eine sehr, sehr reife Angelegenheit, deswegen wollte ich den eben auch tatsächlich vorstellen, jetzt nicht einfach nur, weil ich mit Eva befreundet bin und weil wir uns gut kennen, sondern weil ich eben, ja, das ein spannendes Projekt finde, wie jemand, der jetzt nicht, ja, nicht, nicht dauerhaft im Comic arbeitet, sondern eigentlich einen anderen Job macht, aber eben schon natürlich einen kreativen Künstlerischen Job macht und beim Tätowieren natürlich auch entsprechend zeichnet und so, aber so ein sehr persönliches Werk sich vornimmt beendet, selbst verlegt und druckt und natürlich Leute bringt, auch vielleicht so ähnlich wie Joe Mett sich auch in einer gewissen Weise ein bisschen nackig macht, mit den eigenen Problemen damit auch in gewisser Weise so an die Öffentlichkeit geht und das aber wirklich auch in einem sehr gekonnten Stil und aber auch mit einem eigenen Strich, der jetzt nicht aussieht wie, wo man jetzt gezielt irgendwelche Vorbilder oder so rausziehen könnte, sondern wirklich ein sehr reifes, eigenständiges Werk damit rausgebracht hat und wie gesagt, man kriegt das natürlich nicht einfach im Laden her und man findet glaube ich auch online jetzt nicht besonders viele Bilder, ich werde schauen, dass ich auf unserem Instagram-Account auf jeden Fall ein bisschen was poste, auch vom Inhalt, dass unsere Hörner vielleicht ein bisschen mehr Eindruck davon bekommen, weil man online wahrscheinlich nicht viel dazu findet und wer wirklich Interesse daran hat, sich das eventuell zuzulegen, also Band kostet 26 Euro, kann man sich schicken lassen von Eva, kämen natürlich dann noch Porto dazu oder wenn sie mal wieder irgendwo nach Deutschland kommt für eine Tattoo-Session nach Erlangen oder sowas, dann könnte man sich die auch mitbringen lassen, was aber wahrscheinlich ein bisschen länger dauern könnte. Ja, wie gesagt, wir werden natürlich auch in den Show Notes verlinken, was auch immer ihre Website oder Instagram oder was auch immer, wo man sie finden kann und ich poste ein paar Bilder. So, das war das, was ich vorstellen wollte. Andi, ich weiß, du hast vorhin schon mal kurz recherchiert nach dem Cover zumindest online. Ich weiß nicht, was du so gefunden hast, aber was ich hier so berichtet habe, findest du es gut? Tatsächlich, ja, ich würde es mir angucken, klar, ich mag es ja generell so, ich mag es mal so Self-Publishing Leute zu unterstützen. Ich denke, das ist genau der Weg, auch um ganz gut irgendwie auch mal einen Start in so eine Comics-Szene zu haben. Ich würde interessieren, ob sie da größere Pläne mit hat und was so ihre Motivation war, den Comic so überhaupt zu machen, denn scheinbar ist sie ja noch, vor allem erst mal Tätowiererin. Wir hatten hier vor kurzem auch diese Besprechung gemacht bei der Cookies Code Authority zu diesem Manga. Da war der Künstler ja auch eigentlich erst einmal Tätowierer und hat dann eben noch zusätzlich diesen Comic gemacht, den Manga gemacht. Also mich würde interessieren, was so ein bisschen Inspiration war, ob nicht vielleicht ein Herr Preller aus Nürnberg da irgendwie seine Finger im Spiel hatte. All das sind so Fragen, die ich mir stelle. Ich würde es mir angucken, ich würde sie interviewen und ich würde es mir auch vor allem kaufen. Interview ist tatsächlich schon angedacht, habe ich schon mit ihr drüber gesprochen, dass wir eventuell tatsächlich gemeinsam eine Aufnahme machen, um über den Comic auch zu sprechen. es kann tatsächlich sein, dass ich nicht hundertprozent unschuldig bin. Sie sagte sowas wie, dass ich ihren inneren Comic-Geek auch wieder ein bisschen erweckt habe, als wir uns kennengelernt haben. um noch die kurze Schleife mitzumachen, als ich das erste Mal bei ihr war zum Tätowieren, hat sie natürlich auch erst mal geguckt, was ich schon so habe an Tattoos. Und ich habe ja ein Reinhard Kleist Johnny Cash Tattoo, das sie tatsächlich erkannt hat, wo sie gefragt hat, ob das von dem Comic ist. Es ist ja kein Bild direkt aus dem Comic, es ist eine Zeichnung von Reinhard Kleist, aber da waren wir schon relativ schnell auf einer Wellenlänge und ja, und dann haben wir uns auch immer viel über Comics unterhalten und weil sie eben immer nach Erlangen kommt zum Gast tätowieren, ging es natürlich auch irgendwann um einen Comics Salon und dann eben 2014 hat sie es dann tatsächlich mal so gelegt, dass sie wieder zum Tätowieren nach Erlangen gekommen ist und dann aber auch über einen Comics Salon da war und wieder eben da die Zeit miteinander verbracht haben und in dem Comic findet man tatsächlich auch ein Bild von diesem Treffen Comics mit drin bin da habe ich also quasi einen kleinen Gastauftritt auch in dem Comic mit drin ja ich glaube ihr Ansinnen war tatsächlich einfach wie dieses Alphabet auch einfach eine kreative Aufgabe ein kreatives Projekt also was was Neues ausprobieren was lernen sich was erarbeiten nicht stehen bleiben sondern sich einfach mal auch wieder in einem anderen kreativen Modus was nicht tätowieren ist also macht das natürlich den ganzen Tag das ist natürlich so ihr hauptsächlich kreativer Output auch aber um eben noch was was anderes kreatives auszumachen wie gesagt sie fotografiert eben auch viel und macht auch andere Illustrationen sie hat auch schon in kleinen Zines irgendwelche Veröffentlichungen mit drin hat sie hat Drucke gemacht und so und ein Projekt war dann eben tatsächlich auch einfach mal Comic auszuprobieren dann hat sie eine Weile lang diesen Webcomic Strip gemacht und dann war eben auch noch das Ziel wirklich einen Lammcomic zu machen ich bin gespannt ich weiß auch nicht ob sie irgendwie noch was vor hat ob sie noch einen weiteren Comic plant oder nicht ob sie da schon Ideen hat oder ob das erstmal sowieso jetzt erstmal nicht ansteht ich würde mich freuen weil wie gesagt ich fand den tatsächlich sehr sehr reif erzählt und fände es auf jeden Fall interessant da noch weiteres in der Richtung von ihr zu sehen Breedstorm ist wie gesagt ein bisschen anders als jetzt Joe Matt ist aber es ist auch irgendwie Slice of Life das ist zumindest autobiografisch ich würde es nicht als Slice of Life bezeichnen dafür ist die Thematik eigentlich zu ernst und zu tief gehend dass es jetzt Slice of Life wäre aber Breedstorm interessiert dich sowas Ja ich habe auch parallel mal auf ihrer Homepage geguckt wo sie das anbietet sie macht es dem Käufer jetzt nicht so leicht also du kannst jetzt nicht einfach mit Klick und Paypal gleich das Ding ziehen sondern du musst sie anschreiben und dann wird sie dir wahrscheinlich sagen was sie gern hätte und ja also es wäre gut es wäre noch die ein oder andere Seite drin dass man da mal so reingucken kann jetzt aus meiner Konsumentensicht aber generell wäre ich interessiert weil die Zeichnung die sie da eingestellt hat sie verkauft ja auch Sketche und wirklich größere Zeichnungen da auch über diese Seite die sehen schon sehr gut ich könnte es mir auch sehr gut so als als Cover Zeichnerin für gewisse Sachen vorstellen ja ein Shop ist tatsächlich nicht aufgesetzt weil es natürlich auch nicht ihr Hauptding ist und sie hat sich mal für ihr direktes Umfeld gemacht sie hat dann in der Buchhandlung so ein Veröffentlichungsevent gemacht mit Familie und Freunden und etc. und so und ja jetzt halt Leute wie ich und andere Kundschaft von ihr die halt daran Interesse hat die kaufen das halt aber ja also sie hat schon gesagt also die Resonanz ist sehr positiv und eventuell wendet sie sich tatsächlich auch mal an einen Verlag um das eventuell doch auch über einen Verlag mal raus zu bringen da ist natürlich die Frage kann natürlich gut sein dass es dann erst mal wirklich nur in Belgien ich wäre auf jeden Fall interessiert und tatsächlich gibt es ja eine Shop Kategorie also die hast du schon eingeführt aber ist halt nicht hinterlegt mit so einem wirklichen System wo du sagst okay ich gebe jetzt meine Daten ein oder ich gehe auf Paypal oder wie auch immer und zahle das dann gleich sie möchte gerne Mail und ich werde es ja noch ein bisschen triebzen dass sie vielleicht zum nächsten Comics Salon mal wieder kommt und eine Kiste davon mitbringt oder so mal schauen vielleicht ich werde auch geneigt zu bestellen wenn das jetzt nicht 20 Euro Porto kostet was ich bezweifle also ich kann dir sagen was ich gezahlt habe ich habe zwei Comics bestellt und da war es Porto 11 Euro ich weiß jetzt nicht was das dann bedeutet wenn du einen bestellst da ist der ältere Comic der andere den sie da auch noch drauf hat auf dieser Seite wahrscheinlich auch dabei gewesen oder war es zweimal der gleiche nein ich habe zweimal den Band bestellt weil ich noch einen verschenkt habe okay zweimal den bestellt und da habe ich 11 Euro Porto bezahlt Porto ist nicht günstig momentan aber für ein Band ist es dann vielleicht weniger ich weiß auch nicht genau und der Comic selber waren 26 Euro gut jetzt Breedstorm hast du auch noch eine Meinung du darfst eine haben Breedstorm meint Patrick sorry es ist ich habe tatsächlich im Bekanntenkreis einen Kumpel der ist den umgekehrten Weg gegangen also der wollte die ganze Zeit in den Comic Bereich hat da irgendwie nicht wirklich Fuß fassen können und ist jetzt mittlerweile dadurch Tätowierer geworden da tobt er sich halbwegs kreativ aus und ist dann noch Teil einer Metalband hat jetzt mittlerweile auch eine Tochter aber er ist dann Tätowierer geworden eben weil er sich comicmäßig nicht wirklich austoben konnte also ich kann den Impuls verstehen Tätowierer haben alle so eine kreative Ader an sich auch so eine zeichnerische wo sie sich austoben das hier klingt wirklich grundsympathisch auch ich bin da wirklich nicht abgeneigt auch wenn das Thema jetzt ein bisschen heftiger in die Psyche geht aber ja das klingt wirklich sehr interessant also ich habe auch Bock sehr gut ich werde das ausrichten wie gesagt vielleicht mache ich mit ihr mal eine Folge zu dem Comic und vielleicht hilft das dann auch sie dazu bewegen dass sie das nächste Mal ihren Besuch wieder zum Comic Salon legt sie war tatsächlich letztes Jahr in Erlangen aber war irgendwie ich glaube eine Woche vor dem Comic Salon da oder zwei irgendwie sowas in dem Dreh also sie war knapp vor dem Comic Salon in Erlangen ich habe sie schon geschimpft dass sie das schlecht gelegt hat gut dann kommen wir doch zum gemeinsamen Thema der Cookies Code Authority wir besprechen gemeinsam den Comic Was wir sind der auf Deutsch bei Schreiber und Leser erschienen ist vom ich glaube Schweizer Comiczeichner Zepp von dem ich weiß dass er diese Titelfreie macht aber nichts davon gelesen habe ich glaube ich kenne wirklich nichts von seinen Werken außer jetzt eben diesem Comic und ich würde gern jemand anders anfangen lassen drängelt sich jemand vor hebt jemand die Hand und sagt ich möchte meine Meinung zu dem Comic loswerden lass doch mal mit der Zusammenfassung der Geschichte anfangen sehr gut du hast recht auf also unsere PDF Datei vielen Dank auch dafür die wurde uns von Schreiber und Leser zur Verfügung gestellt hier also quasi eine Rezensions PDF ist 88 Seiten lang und man könnte sagen so unfassbar viel passiert ja auch gar nicht deswegen kann man es kurz zusammenfassen wir haben eine Welt die spielt irgendwo in der Zukunft und ein repräsentativer oder sagen wir zumindest ein Teil der Gesellschaft der tendenziell finanziell besser gestellt ist der ist mit Implantaten mit dem großen allgemeinen Internet Server was auch immer verbunden und das sorgt dafür dass all diese Personen die diese Verbindung haben die haben sie von Geburt an kriegen die die meistens die wissen alles was die Menschheit weiß die können jede Sprache die können die wissen einfach alles und wenn sie was nicht wissen denken sie kurz drüber nach und dann haben sie Zugang dazu und das wiegt sie in einer gewissen Sicherheit ja so die haben das nicht mehr wirklich gelernt die haben den 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 meinetwegen auch andere Sprache oder so haben die nicht wirklich gelernt die rufen dann einfach die Sprache ab wenn sie die gerade bräuchten dann haben die das was sie da brauchen und unser Protagonist dessen Name ich auf die Schnelle gerade echt nicht raus kriege ich glaube Konstantin glaube ich heißt der unser Protagonist der hat eine Party mit einem Kumpel und es gibt einen Vorfall und nach diesem Vorfall hat er diese Verbindung zu diesem Netzwerk zur Cloud nennen wir es jetzt mal hat er plötzlich nicht mehr er wacht irgendwo nirgendwo auf und ist scheinbar nicht mehr bei diesen reichen bei diesen elaborierten Menschen da also hat er keinen Zugang mehr und er trifft dort irgendwo nirgendwo nach einigem hin und her auf eine Frau die ihm so ein bisschen hilft seine Probleme und Sorgen zu lösen und er muss erstmal damit klarkommen jetzt eben diese Verbindung nicht mehr zu haben und quasi ganz vieles neu lernen unter anderem so das normale Reden miteinander zum Beispiel Basics hat einfach lernen die er nie wirklich gelernt hat weil er sie nie braucht er hätte sie abrufen können ja das ist in der Zukunft irgendwie nicht allen geht es so gut viele Menschen sind irgendwie auch außerhalb dieser besser gestellten teils der Gesellschaft leben auch ohne Strom zum Beispiel die sind zwar technisch ausgestattet aber können zum Beispiel den PC nur einige Stunden am Tag benutzen weil nur dann die Solarzelle entsprechend aufgeladen ist und so ja es gibt da ganz klare Teilungen und ansonsten ja begeben wir uns auf eine gemeinsame Reise in die auch bisschen Hintergründe dieser Welt würde ich sagen genau das ist die Zusammenfassung der Story und was wir gerade bei der Meinung sind wir haben hier 88 Seiten und ich finde das ist so ein Hybrid aus ich will eigentlich mehr wissen bitte pack nochmal 40 bis 100 Seiten dazu und für 88 Seiten hattest du mir nicht genug zu erzählen also eigentlich war die Geschichte nach 40 Seiten zu Ende erzählt oder hätte nach 40 Seiten zu Ende erzählt sein können sie hätte hier und da durchaus ein bisschen gestrafter sein können also entweder deutlich mehr oder deutlich weniger ich finde sie genau in der Form ist ein Hybrid der mich in beide Richtungen nicht glücklich macht das Ganze sieht gut aus also das Lineart ist gut die Koloration ist sehr da herkommt aber hier muss ich auch ich kann auch nicht immer so genau sagen warum ist jetzt plötzlich alles in rot farben warum ist plötzlich alles in blau farben ist einfach so eine Entscheidung gewesen da hat man genau für die eine Seite jetzt die Farbpalette reduziert warum auch immer was negativer klingt als ist ich fand das schon unterhaltsam und kurzweilig aber diesen ersten Punkt mit mehr draus machen oder deutlich weniger bei dem möchte ich auf jeden Fall als Hauptkritik Punkt bleiben bitte ich spiele den Ball zurück Andi merkst du es also ich finde den Comic vollkommen vergessbar und so ist es mir tatsächlich auch gegangen ich habe den vor ungefähr zwei oder drei Wochen gelesen ich wusste dass ich den gelesen habe ich habe mich an nichts erinnert ich habe den heute noch mal gelesen und beim nochmal lesen habe ich mir gedacht habe ich den wirklich schon mal gelesen und es ist auch nicht so weil manchmal ist es dann so was dann fängst du was wieder an und denkst schon nach den ersten zehn Seiten ah ja jetzt weiß ich wieder was kommt nee der Moment kam nicht immer wenn ich eine Seite gelesen habe dachte ich mir stimmt ja die habe schon mal gelesen und dann den sowohl gestalterisch als auch erzählerisch irre banal da bleibt nichts hängen der sieht nicht irgendwie besonders aus und er erzählt sehr plump er hat eine Botschaft das ist das was er machen will er möchte eine Botschaft transportieren das finde ich okay die Botschaft dagegen die habe ich auch gar nichts aber es ist halt super plump erzählt und hat eigentlich in dem Comic nichts verloren da kann er irgendwie ein Essay schreiben da haben wir alle mehr davon aber sich die Arbeit zu machen daraus ein Comic zu machen der aber einfach nicht gut erzählt das finde ich dann ein bisschen vertane Liebesmüh so far von seiner Seite als auch dann von unserer Seite als Publikum der hat mir nichts gegeben also gar nichts Patrick du hattest auf jeden Fall auch noch einen anderen von Zap gelesen wie waren so deine Eindrücke also bei dem Comic sind mir so ein paar weirde Sachen aufgefallen die ersten zehn Seiten haben die wirklich quasi alles aufgefahren was du in dieser digitalen Welt erleben kannst da habe ich mir einen Satz notiert der so komplett weird war letztes Jahr habe ich mir Telepathie runtergeladen ein teures und nutzloses Spielzeug mit solchen Sachen protzt er in den ersten zehn Seiten wirklich sehr sehr rum bis dann so dieser Gedächtnis Verlust einsetzt es gab da wirklich so Szenen wo sie dann mit der Popkultur spielen und die sehr konkret benennen wo ich mich gefragt habe wieso lässt er sich von Scarlett Johansson Moby Dick vorlesen fällt ihm da nichts anderes ein der konnte in dieser Cyberwelt so viel machen aber er lässt sich Moby Dick von Scarlett Johansson vorlesen also Breedstorm und einigen anderen Charakteren aus den vorigen Comics wären da einige andere Sachen eingefallen und wieso lässt er den Hund beim Sex zuschauen das fand ich auch super weird ich fand den gestalterisch gar nicht mal so verkehrt aber die Botschaft war eben sehr sehr weird beziehungsweise sehr sehr plump das Savant Syndrom das da erwähnt wird fand ich auch nicht aber viele dieser interessanten Ansätze wurden nur angerissen und dann wurde da nicht viel draus gemacht und auch dieser Comic also es wird dann später diese franco-belgische Reihe 13 erwähnt da geht es um einen Agenten mit Gedächtnisverlust der bis zum Ende sein Gedächtnis nicht wieder findet und dann spielt man teilweise mit Elementen aus Matrix er guckt sich so ein Aufnahme Archiv an und sieht Greta Thunberg und meint muss ich dieses Mädchen kennen sieht Adolf Hitler bin ich mit dem vielleicht verwandt und in diesem Zusammenhang fällt dann so der Satz ja Scarlett Johansson ist seit 100 Jahren tot aber ich kann mir nicht vorstellen dass die Welt dann zwar auf diesen wie nennt man Cyberpunk 2077 Level ist aber dann auch auf der anderen Seite technisch so runtergedampft also wirklich mit diesem Elend wo dann fast gar nichts an Technik da ist das fand ich strange ich war angefixt von mehreren Facetten aber irgendwie war es für mich nicht ganz so erfüllend wie ich gedacht habe und als dann die letzte Seite kam dachte ich okay schon zu Ende am Schluss gerade als sie sich irgendwie gefunden haben war es rum also ich bin da auch ein bisschen zwiegespalten wie man jetzt merkt Rezo ja als ich gelesen habe Sepp hat es gemacht war ich erstmal so okay weil diese T-Turf Sachen also allein wenn ich die Cover sehe dann bin ich da eher abgeschreckt das das reizt mich jetzt nicht so der Comic des frechen Kindes finde ich jetzt nicht so spannend genau wie die Abenteuer des Jungs Spiro oder wie das ganze heißt wenn ich das sehe das reizt mich nicht also das geht ja in eine ähnliche Richtung und er macht hier natürlich einen ganz anderen Stil realistischeren Stil aber mir ging es so wie Patrick mit den ersten zehn Seiten wo er in dieser in seiner Welt so drin war wo er das quasi matrix mäßig gestalten konnte was er sehen will dass er sich sein Sexualprogramm runterlädt da dachte ich oh Gott muss ich das Ding jetzt ganz lesen als er dann aber aus dieser Stadt aus dieser Welt aus dieser technologisierten Dystopie draußen war fand ich es dann schon wieder interessanter weil ich dann diesen Endzeit Gedanke schon eher mag was mich aber regelmäßig rausgebracht hat waren wirklich die Farben weil die wirklich sehr ja also ich sag jetzt mal ich würde nicht sagen ich könnte das jetzt genauso in Paint so aber ich finde dass die Zeichnungen würden bedeuten besser mit einer anderen Koloration wirken wenn wenn das ein Spin gewesen wäre damit hatte ich eigentlich gerechnet in dem Moment wo ich merke er geht jetzt raus dass der Comic irgendwann zum Beispiel umschaltet auf eine natürlichere Farbgebung nicht dieses flächige okay alles was jetzt da hinten ist ist lila und ich nehme für den Rest des Panels andere Schattierungen von lila sondern hätte dann mit einfach realistischeren Kolorationen da gearbeitet dann hätte ich das irgendwie verstanden dass er raus ist aus der Matrix und jetzt wird alles wieder gut aber es ist tatsächlich dann so geblieben was ich ein bisschen schade fand richtig verwandelt zum Schluss hat er für mich auch nicht da gebe ich auch recht aber ich würde es jetzt nicht als komplett nutzlos oder vergessbar betrachten ich mich würde interessieren tatsächlich wie das Ganze in Frankreich angekommen ist wenn die alle so auf die Törf abfahren wie sind die dann mit dem Ding umgegangen was ja dann wahrscheinlich in eine ganz andere Richtung geht ich würde für mich ist das Urteil so mittel ich so viele Elemente so ähnlich wie es Patrick auch beschrieben hat finde ich dass er viele Sachen anreißt aber überhaupt nicht in die Tiefe geht ich finde dass die Charaktere auch zum großen Teil sehr oberflächlich bleiben und dann sind so Elemente drin wo ich ein bisschen kopfschüttelnd davor stand so einzelne Szenen das eine ist zum Beispiel wie er dann so gegen Ende durch diese durch diese Wand durchgeht weil er diesen Chip hat die Wand die Innenwelt die Stadt diese moderne Stadt von der Außenwelt den ganzen Leuten die eben da nicht irgendwie in der Matrix sind quasi ja die auseinander hält und die einen auch umbringt wenn man da reinläuft und nicht diesen Chip hat und er läuft durch und die Leute draußen denken ah die Wand funktioniert wir laufen jetzt auch durch dann siehst du da so halbe Körper irgendwie rumliegen das ist so eine eine Szene die die mehr komödiantischen Effekt irgendwie hat als als irgendwie abschreckenden Effekt oder gruseligen Effekt oder irgendwas über die Welt erzählt das fand ich eine ganz ganz seltsame Szene oder wenn er dann Namen natürlich auch wieder vergessen bei der bei der bei der Frau dann ja eine Weile ist von der wir ja später erfahren dass sie und ihr damaliger Freund ja an der Entwicklung da irgendwie mit beteiligt waren oder da irgendwie auch für so ein Konzern gearbeitet haben also in dieser hochmodernisierten Welt ja auch gelebt haben und jetzt lebt sie halt außen und er fragt sie dann wo er aufs Klo gehen soll und sie sagt dann irgendwie so nach dem Motto ach ja der verwöhnte Bub ne was glaubst du denn du gräbst dir mit einer Rinde ein Loch ihr habt es nicht geschafft euch wenigstens ein Plumpsklo zu bauen oder so also es ist ja nicht so dass sie vollkommen abgeschnitten werden und vollkommen im Wald leben würden sie wohnt in einem Haus die haben auch Autos und Solarpaneele und sowas und auch mal einen Computer der funktioniert wenn sie Strom haben aber wenn du aufs Klo musst buddelst du jedes Mal wieder mit einer Rinde ein Loch im Wald fand ich seltsam also da ich weiß nicht das irgendwie ging mir das atmosphärisch und ästhetisch alles irgendwie nicht so richtig zusammen dass ich da irgendwie ja einen echten Lesegenuss irgendwie draus gehabt hätte also ich will wirklich nochmal drauf zurückkommen auf diese Länge dieses Comics also entweder finde ich hätte man diesen zentralen Punkt mit dieser Kritik an der Aufteilung der Gesellschaft in quasi Leute mit dem Geld für den Zugang zur Technik und Leute ohne dieses Geld auch auf eine 10 Seiten Comic machen können und den meinetwegen in Cosmic veröffentlichen ja diese Anthologie für Science Fiction Geschichten oder aber ich mache eine längere Geschichte irgendwas meinetwegen fortlaufendes das eher als was weiß ich so ein bisschen Matrix mäßig als derjenige der das ganze System dann aufbricht weil er auch raus konnte irgendwie und jetzt nochmal ganz neu und bodenständig und die Menschheit vor allem so in der Richtung viel epischer größer geiler dann werden auch diese Filler Szenen wie zum Beispiel mit dieser Wand von der du gerade gesprochen hattest Andi die würden dann da viel besser passen aber so genau so diese 88 Seiten alles so ein bisschen erzählen und dann aber auch so viel einstreuen was dann wirklich keinerlei Tiefe erhält da muss ich sagen dass das da sehe ich schon Schwächen auf jeden Fall könnt ihr das nachvollziehen? Ja Ja absolut also wenn du der ganzen den Figuren mehr Tiefe geben würdest der Welt mehr Tiefe geben würdest und auch wirklich die quasi die die philosophischen Fragen die da ja drinstecken die da ja auch in gewisser Weise behandelt und angeprangert werden wollen wenn du die dann über einen längeren Zeitraum subtiler erzählst und beleuchtest die ganze Welt und die ganzen die ganzen Implikationen für die Gesellschaft durch diese Technologisierung und das alles dann eben über einen längeren Zeitraum wirklich darstellst und den Leser quasi auch selbst erfahren lässt dann würde ich auch denken dass das besser funktioniert als in der Fassung wo es eigentlich sehr plump mir in den Dialogen einfach quasi hingehauen wird was der Comic sagen will also wirklich auf einer sehr sehr oberflächlichen Art und auf einer sehr plakativen Art ich kann empfehlen Les von Web The End den fand ich dann der Hinsicht stimmiger auch da war die Botschaft natürlich irgendwie auch sehr sehr plakativ aber für mich war das im Gesamtpaket stimmiger den Anfang Mittelteil Schluss auf dem Cover sieht der Hauptcharakter da ein bisschen aus wie Tillmann Kurt finde ich aber an sich war der nettes kleines Indie Endzeit Drama der Spaß gemacht hat also wenn ihr was von Sepp lesen wollt lest vielleicht eher wie End oder tastet euch da hier bei was wir sind mal in die Leseprobe rein da passiert schon am Anfang dass da einer von einem Hall gefressen wird und dann merkst du oh das ist nur eine Illusion und das ist so die ersten zehn Seiten da spielen sie wirklich sehr viel mit virtuellen Welten was dann am Schluss so gut wie gar keine Rolle mehr spielt nur dass diese Fähigkeiten der sich da runtergeladen hat wohl auch irgendwie wie bei einem Neo auch in der Realwelt irgendwie zu funktionieren scheint warum auch immer gut wenn jetzt wäre noch mal die Gelegenheit falls jemand zu dem Comic noch was dringendes hinzufügen möchte ansonsten denke ich können wir das hier auch abschließen keine warme Empfehlung ich fand es ganz spaßig aber viel Luft nach oben also falls jemand den Comic gelesen habt und ja dazu was sagen möchte wendet euch gerne an unsere Social Media Kanäle oder die entsprechenden Chatgruppen da würden wir auf jeden Fall auch Feedback dazu uns anhören vielleicht sieht es jemand ja auch ganz anders als wir vielleicht fand den ja auch jemand richtig richtig gut gilt natürlich genauso für die anderen Comics die wir besprochen haben Informationen findet ihr wie immer in den Shownotes dieser Episode und eigentlich auch jeder anderen Episode so möchte noch jemand irgendwer irgendwas ergänzen gibt es noch irgendwas zu erwähnen ich bedanke mich an der Stelle falls ich es noch nicht getan habe beim Dantes Verlag für das Rezensionsexemplar und falls ihr jetzt den Namen des Tätowierers haben wollt James Reuter und die Band die er der ist ist Stage War also auch das könnte man verlinken falls da Interesse besteht dann ist alles gesagt herzlichen Dank fürs Mitmachen herzlichen Dank fürs Zuhören wir werden uns dann in ungefähr einem Monat mit der nächsten Folge wieder melden bis dahin Adieu Tschau Tschüss 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 Vielen Dank.